Hallo und herzlich willkommen zum inzwischen dritten Special zum 33. Fantasy Filmfest, ja eben 2019, zu dem wir ja eine ganze Menge Besprechungen auch bereits veröffentlicht haben. Da gab es also das erste Special, da hatten wir schon jede Menge Besprechungen diverser Filme, die dort gelaufen sind. Dann gab es das zweite Special, zusammen mit dem quasi Veranstalter dieser Reihe, der hat uns da viele tolle Fragen beantwortet und Thilo hat da einiges aus ihm rausbekommen. Hört da unbedingt rein, falls ihr das noch nicht getan habt. Ja und jetzt hier im dritten und letzten Special zu genau diesem Festival gibt es dann nochmal jede Menge Filmbesprechungen von unterschiedlichsten Redakteuren und am Ende noch ein recht langes Fazit. In diesem Fazit, das Thilo und Ono zusammen aufgezeichnet haben, gibt es dann natürlich auch Wiederholungen zu Besprechungen von Filmen, die ihr bereits im ersten Special gehört habt oder eben jetzt hier im finalen dritten. Das ließ ich jetzt quasi nicht anders machen, aber so habt ihr wirklich nochmal einen gesamten, ja einfach Abriss von dem, was bei dem Festival gelaufen ist und ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Redakteuren und Redakteurinnen bedanken, die sich hier wirklich viel Zeit teilweise genommen haben und sehr ausgiebig über die einzelnen Filme gesprochen haben, die die Filme gesichtet hatten natürlich, sei es im Stream zu Hause, also als Pressescreener oder aber eben vor Ort im Kino. Da waren auch der ein oder andere Film dabei, der jetzt demnächst auch regulär ins Kino kommen wird. Und an der Stelle wirklich nochmal vielen, vielen, vielen Dank an alle Redakteure, die da eben entsprechend hier was gemacht haben. Das war ein Riesenmammutprojekt für uns, das machen wir nicht mal eben so nebenbei, das hat viel Zeit gekostet. Aus dem Grund kommt das dritte Special jetzt hier auch mit ein bisschen Versatz. Vor kurzem ist auch der letzte Tag in Hamburg und in Nürnberg abgelaufen und damit letztlich auch das komplette Festival für dieses Jahr beendet. Ich möchte mich insbesondere wirklich nochmal bei Thilo bedanken, der dieses fantastische Interview geführt hat und auch bei Dominik, der ganz, 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 ganz viele von den Besprechungen geschnitten hat. Das macht es mir sehr viel einfacher, diese Specials hier zu erstellen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei unseren Filmbesprechungen und auch beim finalen Fazit. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram, so wie beim YouTube Upload. Könnt ihr uns gern mal schreiben, wie euch die jeweiligen Filme gefallen haben. Wart ihr beim Festival? Wie fandet ihr das Festival? Wie fandet ihr unsere Specials? Wie fandet ihr das Interview? Bitte schreibt uns da mal unbedingt, denn ihr wisst, Feedback ist der Lohn des kleinen Podcasters und letztlich sind wir genau das, kleine Podcaster, die wirklich viel Zeit und Kraft investiert haben, hier ausgiebigst über das Fantasy-Filmfest zu sprechen mit drei großen Specials. Das war viel, viel Aufwand für uns alle und es wäre cool, wenn ihr das mit ein bisschen Feedback honorieren würdet. Gerne könnt ihr uns auch bewerten auf zum Beispiel Apple Podcast, auf Facebook, auf Google, auf FIT, auf Podcast.de. Da gibt es viele Möglichkeiten, den Telestammtisch zu bewerten und da in irgendeiner Möglichkeit dann auch die Reichweite des Telestammtischs letztlich zu erhöhen. Das würde uns sehr helfen. Nun gut, vielen Dank und ja, spätestens bis nächstes Jahr. Ciao. Guten Morgen, guten Abend, guten Nachmittag, je nachdem, wann ihr das jetzt hört. Ihr hört den Telestammtisch und heute reden wir über Extraordinary. Ich bin dabei, also wir, heißt Nina Lechthoff und? Jasen Öztürk. Ja, wunderbar. Wir reden heute über einen sehr, meiner Meinung nach, sehr lustigen Film, Extraordinary heißt der. Und genau, die Regie hat ein Duo geführt tatsächlich, Mike Ahern und Ender Laufman, glaube ich. Genau. Und die haben auch zusammen das Drehbuch geschrieben. Sag mal, hast du irgendwas von denen schon jemals gehört? Nee, ich habe nachgeschaut. Bestimmt, also ein paar Kurzfilme haben die zusammen gedreht, glaube ich. Und ansonsten ist das jetzt deren Spielfilm Regie-Debüt. Genau, also ich habe auch nichts mit denen gesehen, beziehungsweise nichts, was ich so kannte von denen. Nein. Und deswegen war ich total verblüfft, dass der Film dann doch so gut geklappt hat. Ja, tatsächlich, ja. Also ich habe das erst nachher gesehen, in Regisseuren, dass das ein Debüt ist. Und für ein Debüt, also ehrlich, nicht schlecht. Aber weiter geht es mit dann den harten Fakten, wie wir das hier so nennen. Mit dabei, mit bei Extraordinary spielen Maeve Higgins, Barry Ward und Will Forty mit. Das sind so die Hauptdarsteller sozusagen. Von den dreien kenne ich auch tatsächlich nur Will Forty oder Ford oder wie auch mal. Die anderen beiden, beziehungsweise kein Cast-Mitglied, kannte ich vom Sehen oder vom Hören sagen. War mir alle unbekannt. Und der Film ist ein Mix aus Horror, Komödie und da ist auch ein bisschen so ein Tacken Fantasy mit dabei und kommt aus Irland. Und ab dem 25. Oktober wird man den hier in Deutschland auf DVD und Blu-ray kaufen können. Wir haben den als Stream bekommen von Universum und der hat hier in Deutschland seine Premiere gehabt beim Fantasy-Film-Festival. Genau. Ja, jetzt willst du mal die Zusammenfassung machen von dem Film, damit die Zuhörer ein bisschen wissen, worüber wir gleich reden. Kann ich machen. Ist ja nicht viel. Sind ja nur 90 Minuten. Also da gibt es die Rose, die arbeitet als Fahrlehrerin. Sie hat aber eine besondere Gabe, denn sie kann mit Geistern kommunizieren. Sie hasst aber auch diese Gabe wiederum, weil aufgrund bestimmter Vorfälle in ihrer Vergangenheit, die ich jetzt nicht unbedingt näher erläutern will, und deswegen ignoriert sie auch weitestgehend Menschen, die sie um ihre Hilfe bitten. Also Menschen, die irgendwie einen Geist zu Hause hocken haben und gestört werden. So stellen die das tatsächlich auch manchmal dar. Bei einem Witwer, der, wie heißt der, Martin Martin heißt der, der wird von seiner Frau heimgesucht. Bei ihm macht sie eine Ausnahme, da sie ihn, wie ich das sehe, ganz interessant findet als Frau. Also sie findet ihn attraktiv oder anziehend. Genau, genau. Dann gibt es noch den Christian Winter. Der ist ein One-Hit-Wonder oder wie die sagen, One-Hit-Winter. Der lässt sich auf dunkle Mächte ein, um seine Karriere wiederzubeleben. Also der ist Sänger, habe ich nicht gesagt, ne? Ja, genau. Der ist Sänger und hat halt einen Hit, was dann in den Charts ganz oben war. Und danach ist der nie wieder in den Charts aufgetaucht. Und der lässt sich halt auf dunkle Mächte ein. Und was die miteinander zu tun haben, das würde ich ungern erst mal vorwegnehmen. Ja, ich würde jetzt sagen, dann machen wir jetzt einen ganz, ganz dicken, fetten Spoiler-Alert. Ein Alarm für die, die nicht gespoilert werden wollen. Vielleicht spoilern wir gar nicht, aber so einfach mal vorsichtshalber, sage ich mal so. Spoiler sind ja nicht so schön. Nee. Genau, also jetzt zu deiner Meinung. Wie fandest du den Film so allgemein? Ich fand ihn gut. Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, der sieht ganz interessant aus. Hatte aber die Befürchtung, dass der vielleicht auch so ein bisschen Abklatsch von anderen Filmen ist. Weil es gab ja schon Comedy-Filme, die so ein bisschen dieses Geister-Genre, dieses Horror ein bisschen auf den Korn nehmen. Aber der war echt original. Fand ich auch. Und ich fand auch, klar, Horror-Comedy ist nicht neu, aber der Film, also Extraordinary, hat für mich auch, fand ich, geschafft, sehr schön so Klischees aufzunehmen aus solchen Filmen und die ein bisschen so hinzudrehen, dass man dann doch sehr überrascht war von manchen Sachen, fand ich. Und generell halt so, mir gefällt dieser Humor von den ganzen britischen Filmen auch ganz gut. Aber der Film spielt in Irland, ne? Ja, genau. Ja, britisch. Ist ja das Gleiche, ne? Ja. Waren auch links. Ja, genau. Also ich fand das halt, okay, wenn man Irland nicht als britisch nennen will, also ich finde, das hat sehr viel mit britischem Humor zu tun, so diese ganzen langen Shots, die man halt, wo man hier wirklich drauf hält und die Leute einfach mal machen lässt. Und es ist halt schmerzhaft teilweise. Und, äh, aber daraus entsteht auch so ein bisschen der Witz, finde ich. Und das ist in dem Film auch sehr, sehr oft vorgekommen. Ja, also ich muss zugeben, ich bin eigentlich kein Fan von so klassisch britischem Comedy. Ähm, da gibt's diese Serie zum Beispiel mit den zwei Typen. Weißt du, von welcher Serie ich rede? Äh, Britons, irgendwas. Ach so, Little Britain. Genau. Und die ist ja wohl sehr hoch angesehen in England, aber ist zum Beispiel gar nicht meins. Aber die Serie, die schafft es, den britischen Humor, den hab ich tatsächlich auch hier und da gesehen. Aber auf eine für mich lustige Art und Weise wirklich. Ja, ähm, ich fand es auch sehr, sehr schön, wie sie, äh, so ein bisschen diese, ich weiß gar nicht so genau zu benennen, wann genau dieser Film spielt, weil das sehr viel altertümliche, in Anführungsstrichen, Technologie, also die haben halt wirklich noch diese Nokia-Handys, diese, diese Brocken und die gucken sich auch die Sachen, also die ganzen Fernseher sind alles Röhrenbildschirme und, ähm, das fand ich halt sehr, sehr witzig gemacht, dass es halt so in so einer Zeit ist, die nicht allzu lange her ist, deswegen hat man so diese Nostalgie noch nicht vielleicht, aber trotzdem irgendwie war der Film in so einem Setting, hätte auch heute sein können, nur dass halt die Technik nicht so gut gepasst hat. Ja. Finde ich. Die Handys haben die auch oft in Szene gestellt, ne? Ja, genau. Zwei, drei, vier Mal. Die spielten auch eine sehr große Rolle. Mhm. Weil die Rose kriegt ja ihre, ihre Aufträge, die sie halt nicht erfüllen will, von den Leuten, die mit Geistern da zu tun haben, ähm, kriegt sie ja auf ihr Handy und hört sie das dann an. Und, ja, da dachte ich das erste Mal so, oh, der Film spielt ja gar nicht im Hier und Jetzt, sondern vor Jahren früher. Ja, da war ich auch ein bisschen überrascht. Ich hab das schon beim Auto gemerkt, ich dachte mir so, gut, ich sehe jetzt gerade keine anderen Autos, vielleicht ist das nur einfach eine alte Karre, aber, äh, spätestens beim Handy hab ich auch gecheckt, das spielt nicht heute. Ja, aber, ähm, und das fand ich halt auch ganz gut, dass, ähm, die dann halt auch so Sachen eingeblendet haben von noch früher, also zum Beispiel mit der Sendung mit ihrem Vater, also Rose hat mit ihrem Vater zusammen eine paranormale Sendung, wo sie halt früher da ihre Talente da eingesetzt hat. Und, ähm, ich fand das, ja, das passte halt so schön. Und das passte auch mit dem, äh, wo Winter, wo Christian eingeführt wird, passte auch so total gut. Und diese Überblendung oder diese, ja, Einblendung, Zwischenblendung, keine Ahnung, also die passen, fand ich auch so gut, dass ich immer wieder überrascht war, obwohl ich dann halt dachte, ach ja, okay. Ja, war immer wieder Zeit irgendwie, dass irgendwie sowas in der Art kam. Ja, die waren auf jeden Fall, äh, die haben auf jeden Fall nicht wie Fremdkörper gewirkt. Die haben eins zu eins, also die haben zu dem Film richtig gut gepasst, finde ich, waren auch an sich, äh, ziemlich interessant. Ähm, aber, äh, auch die Schauspieler selbst alle, ne, die, äh, waren wirklich, die wachsen einem ans Herz, finde ich. Ich fand auch, die haben das sehr gut gemacht allesamt, vor allem halt Martin, Martin, weil jetzt halt mal ein bisschen Spoiler, der wird ja von, äh, Geistern heimgesucht, beziehungsweise wird die, die Geister, der wird von Geistern eingenommen sozusagen. Und dann, äh, fand ich ganz, äh, witzig zu sehen, dass er irgendwie die Leute dann halt auch, dass die Leute halt, dass er zu den Leuten wurde. Ja, und am besten war es mit der Zigarette am Ende. Ja, natürlich, mit seiner Frau. Ja. Aber ich fand das auch so, das erste Mal dachte ich so, ach, wie schön, der kann doch, äh, also, weil ich dachte so, ja, das ist halt so ein ganz normaler 0815 guter Schauspieler halt, aber dann dachte ich mir so, ach, witzig und cool und ist mal schön. Ja, der wurde auch im Laufe des Films immer witziger, finde ich. Genau, finde ich auch. Ähm, ich fand sie schon von Anfang an so ziemlich lustig, also Rose, Mae Figgins heißt die Schauspielerin, die fand ich halt von Anfang an total irgendwie schrullig, sympathisch und sie passte halt so, wie die Faust aufs Auge zu diesem Ort, den man halt auch nicht wirklich, äh, weiter benennt bekommen, benannt bekommt, äh, sondern einfach so, das ist halt einfach da, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, was das für ein Ort ist und dass da viel gesagt wird. Und das, finde ich, hat auch sehr viel mit Rose zu tun, weil sie einfach da so, ja, das ist halt so eine ganz normale Frau, die halt ein bisschen anders ist vielleicht. Ich fand sie auch extrem sympathisch, wirklich. Also, äh, ich glaube, äh, mit, äh, anderen Schauspielern in der gleichen Rolle, das wäre bestimmt nicht so cool geworden einfach. Ähm, die ist mir auch sofort ans Herz gewachsen, ähm, die hat ein richtig sympathisches Lächeln und die hat das auch richtig gut gespielt, finde ich. Finde ich auch. Aber was würdest du sagen zu der Dynamik zwischen den Charakteren, also, oder zumindest zu den, ja, Beziehungen zwischen den Charakteren, wie fandest du die? Ja, also zwischen, äh, Rose und Martin Martin, ähm, die, äh, die, äh, die hat sich ja so eher angebahnt im, äh, Verlauf, äh, des Films. Äh, währenddessen hat, ist eine andere Beziehung ja sogar, äh, hat ihr Ende gefunden während des Films. Vielleicht weißt du, von welcher Beziehung ich rede. Ich will jetzt nicht unbedingt die Stelle spoilern. Die eine sehr, sehr lustige Beziehung ist, finde ich. Ja, aber ich fand die Frau sehr nervig. Ja, genau. Das ist halt so dieses, äh, klischeehafte, also richtig krass klischeehafte, was aber dann doch irgendwie sehr lustig geworden ist. Ja, hat man, äh, hab ich das vielleicht verpasst, äh, die, der Will Ford, äh, beziehungsweise wie hieß sein? Christian Winter. Christian, genau. Äh, ist er mit seiner Frau zusammengekommen, nachdem er berühmt wurde oder vorher? Ja. Ich hab keine Ahnung. Also, das, das kriegt man nicht so ganz mit, glaube ich. Das ist halt einfach so, die war auf einmal da. Also, die war schon von Anfang an da in dem Film, aber, äh, wurde, glaube ich, nicht so ganz, äh, gesagt. Es wurde halt einmal so eingeblendet bei dem Beitrag über, über Christian, ähm, wurde eingeblendet hier, Ehefrau und Tänzerin. Ja. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwie viel gesagt wurde, wo die kam. Ja, die war eine ganz klischeehafte Ehefrau eines berühmten Mannes. Ja. Äh, ich sag mal, leicht verwöhnt, Prinzessin auf der Erbse, ne? Mhm. Aber auch die hat das gut gespielt, auch wenn ich sie nicht sympathisch fand, aber das sollte ja auch so sein, ne? Ja, genau. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, ich fand die Schauspieler und die Figuren total toll. Ich hätte mir ein bisschen mehr Zeit für, zum Beispiel, für diese Dynamik zwischen Rose und Martin, wo sie halt zusammen unterwegs sind und Geister einfangen wollen. Ja, das hätten die ein bisschen auch weiter ausführen können, ne? Weil der Film hat ja eine Stunde 25, glaube ich. Also, es ist halt nichts heutzutage vor allem. Kleine Komödie sollte vielleicht nicht länger sein als eineinhalb Stunden, aber da hätte ich mir doch schon ein bisschen mehr gewünscht. Ja, ich sag nur Endgame über drei Stunden, ne? Ja, genau. Ja, deswegen fand ich so ein bisschen, dass die Beziehungen ein bisschen oberflächlich geblieben sind, was bei einer Komödie halt normal ist, finde ich. Das ist halt, dann muss man dem Film da nicht so viel so nachtragen sein in der Beziehung, aber hätte ich mir schon ein bisschen, weil diese Szenen waren einfach witzig, wo die beiden einfach unterwegs sind und Geister mehr oder weniger nicht jagen, weil sie die nicht jagen wollen, sondern einfach die einfangen wollen und so. Das fand ich so witzig. Und ich fand das auch, das war so witzig, auch im Trailer. Und davon hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Ja, da ging es ja auch hauptsächlich, ich glaube, ich kann das sagen, vielleicht eine live Spoiler-Warnung, da ging es ja um dieses Ector Plasma. Genau. Das haben die ja gebraucht für ein bestimmtes Ritual. Hast du aber verstanden, wofür die es brauchen? Für die Tochter. Ja, aber hat das da Anwendung gefunden? Eigentlich hat das nicht mehr Anwendung gefunden, ne? Nee, nicht mehr, weil das irgendwie, die sind ja dann, Spoiler jetzt, die sind ja zu spät gekommen. Ja, da war die ja schon weg. Genau. Die waren ein bisschen zu spät dran. Und vielleicht jetzt mal den Bogen zu dem, was mich am Film am meisten gestört hat, war das tatsächlich der Showdown am Ende. Ich weiß nicht, wie viel wir da spoilern wollen. Ich glaube, wir könnten jetzt hier eine generelle Spoiler-Warnung aussprechen. Genau, also Spoiler, 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 wir reden über das Ende. Genau. Jetzt einfach mal ein paar Sekunden skippen. Genau, ich fand das halt total enttäuschend, wie das halt sich gedreht hat. Es war die ganze Zeit lustig und ja, war die ganze Zeit irgendwas anderes. Und dann auf einmal ist die Auflösung, dass sie halt noch nie Sex hatte und soll halt schnell, schnell von ihm besorgt bekommen. Das war wieder so Little-Britain-Humor, finde ich. Ja. Das hätte nicht sein müssen. Das dachte ich auch. Die haben es die ganze Zeit geschafft, originell zu bleiben, lustig zu sein, ohne albern zu wirken aber. Und bei so einem Film läuft man schnell Gefahr, alberne Witze rauszukramen. Und das am Ende, dass sie da auf dem Weg zum Dämon, zum Schlund, zur Hölle noch gerade eben mal schnell Sex haben müssen, das dachte ich mir auch, hätte nicht sein müssen. Ja, da dachte ich auch so, oh, das war so cool bis jetzt und jetzt wird's wieder, geht's wieder nur darum, oh, ätzend. Aber dann fand ich, hat der Film, vor allem halt auch in der Szene, muss ich ganz ehrlich sagen, die Effekte fand ich wunderbar. Also ich fand dieses Monster, den fand ich richtig gut gemacht. Den Dämon am Ende. Erstaunlich, genau, ja. Erstaunlicherweise. Der war wirklich, der war auch gruselig genug, sag ich mal so. Also ein Bettlacken obendrauf, ne. Wie gruselig man da halt sein kann, aber. Ja, die Augen so. Ja, auch die Hände aber, ne, die hat man auch gut gesehen. Ne, die Szene fand ich mit dem Monster wirklich, ich dachte ehrlich gesagt, dass die nicht so viel Budget haben. Ich auch nicht. Das war nicht wirklich günstig, wenn ich das mal beurteilen müsste. Oder halt sehr, sehr gut für wenig Geld. Geht ja nicht. Ja, ne, eigentlich nicht in Hollywood, also nicht in der Filmindustrie. Aber dafür haben die beim restlichen Film eigentlich ganz viel gespart, ne. Ja, ich fand das aber auch total gut gemacht, so mit den ganzen Special Defects, die halt einfach nur sehr hausgemacht auch wirkten. So mit dem Ast, der dann winkt. Der Toaster, der einem zuwinkt. Genau. Einfach so wunderschön. Und dann auf einmal so eine CGI-Bombe, die auch noch gut aussieht, aber hat die Szene für mich auch nicht so wirklich gerettet. Ja, also wie gesagt, das eine, das war dann doch zu albern, aber den Dämon selbst fand ich richtig cool. Genau. Dem fand ich nicht schlecht. Nee, ich auch nicht. Und, aber dann hat der Film für mich am Ende noch sehr, sehr, sehr gut die Kurve gekriegt mit diesem abrupten Ende. Der war einfach superpaste. Abrupt meinst du an welcher Stelle? Ganz am Ende jetzt nochmal Spoiler. Also wer hierhin jetzt skippt hat, nochmal skippen. Wo er ihren Heiratsantrag macht und sie sagt, nein. Und dann ist der Film vorbei. Ja, das war auch gut. Ich dachte, da kommt zumindest ein Jahr und dann geht es mit romantischer Musik wieder raus oder so. Aber ich dachte, nö. Und ich habe auch gewartet. Ich habe noch ein bisschen geguckt und habe auf eine After-Credits-Szene sozusagen gewartet. Ja, Marvel hat uns gebrannt, Mark. Ja, aber es kam nichts und es passte so gut. Das passte zu dem Film. Die Szene davor halt, dachte ich so, äh, nee. Aber dieses Ende, wie sie halt ihn dann so anguckt, so total happy und sagt, nein. Vor allem, weil bei der Szene davor, die dir jetzt nicht gefallen hat, ja wieder die Zigarette im Mund von Martin war, ne? Also per se hat sie nicht mit ihm geschlafen, wenn man es streng nimmt. Ja, genau. Das weiß man ja dann nicht. Ja, sie meint ja auch. Und ich kann ja sagen, dass mein erstes Mal mit einem Dreier war. Ja, stimmt. Dann war es halt noch ein bisschen witzig, aber, ah, nee. Viel Wohlwollen kann man das dann am Ende als ein bisschen witzig bezeichnen, finde ich. Die Tochter kam aber ein bisschen kurz, ne? Genau, also die war halt auch nur so ein Mittel zum Zweck. So typisch, eine typische Frauenrolle in dem Horrorfilm. Stimmt, hätte ja nicht ein Typ sein können, der da geopfert war. Nee. Obwohl halt, äh, Jungfrauen können ja auch Männer sein. Ja. Das, das fände ich halt, wäre wiederum ein lustiger, der hat ein lustiger Dreh gewesen, so, ne? Das stimmt. Wenn die sowieso schon mit Klischees spielen, dann hätten die auch so was machen können. Ja. Aber, äh, trotzdem gelungen. Ja, äh, ja, genau. Das ist auch mein Fazit. Ich würde auch sagen, dass der Film sehenswert ist, auf jeden Fall. Eine lustige, sehr lustige britische Komödie mit, äh, guten Referenzen zu Horrorfilmen, fand ich. Super Dialoge, tolle Schauspieler. Nur halt beim Showdown hat mich dann halt nicht mehr so gepackt. Dafür war das Ende super. Genau. Genau. Wie viele Punkte würdest du dem Film geben? Boah, äh, schwer. Also, ganz ehrlich, ich hab mich eigentlich durchgehend unterhalten gefühlt. Auch beim Showdown am Ende, wenn man, äh, das hat mich wirklich auch ein bisschen genervt, die eine Sache, aber, äh, rundherum war eigentlich alles noch gelungen. Deswegen gebe ich dem jetzt mal siebeneinhalb von zehn. Schön. Also, das, ich würde mich dem anschließen. Tatsächlich, äh, würde ich auch so sieben bis siebeneinhalb von zehn möglichen Punkten geben, weil, ja, hab, das am Ende, es war so schön Klischee, äh, nicht frei, sondern es hat so schön mit Klischees gespielt und am Ende ist, äh, die Auflösung halt total klischeehaft. Aber dafür war das Ende halt, das richtige Ende halt. Richtig, richtig schön. Ja, das war wieder absolut nicht klisch. Richtig trocken britisch. Total toll. Ja, fand ich auch richtig gut. Das war totales Antiklischee dann. Ähm, ja, äh, dann, bevor wir beenden, äh, äh, einmal die Zielgruppe, finde ich immer ganz interessant. Ja. Äh, ich finde, äh, das ist für Leute, die jetzt, äh, Horrorfilme mögen, aber sich auch gerne mal ein bisschen Comedy anschauen. Mhm. Ähm, das ist ein sehr leichter Film. Der ist nicht so anspruchsvoll wie manche andere Filme. Aber ich, da würde ich ein bisschen einhaken. Ich glaube, der ist schon nicht anspruchsvoll im Sinne von, man muss viel nachdenken, aber man muss schon diese Art von Film mögen. Ja. So diese ganzen, äh, wo die Kamera halt auch hinhält und einfach machen lässt. Weil das war auch, an einer Stelle ist mein Freund halt reingekommen, hat gesagt, oh nee, das sind ja diese ganz langen Szenen, wo man sich wirklich ein bisschen so windet und sich total unwohl fühlt. Und das ist halt das Lustige. Das muss man halt mögen. Ja, also ich mochte es. Ja, ich auch. Ich habe auch gelesen, ähm, irgendwer hat das, äh, hat Extraordinary mit, äh, Fünf-Zimmer-Küche-Sarg äh, verglichen. So ein bisschen. Ja, das habe ich auch gesehen. Das war, äh, das waren unsere Kollegen vom Movie Break, glaube ich. Ah ja, okay. Gut, dann weiß ich auch, woher ich meine, meine, so Informationen, Bits habe. Auf jeden Fall, wenn man den Film mochte, wird man auch, glaube ich, Extraordinary mögen. Ja, auf jeden Fall. Und ein Jumpscare gab es sogar auch, ne? Das kann sein. Ich weiß es nicht. Ich habe mich an einer Stelle sehr erschreckt. Ja, ich kann sein, dass ich einen einfach tagsüber geguckt habe und deswegen mich nicht so erschrocken habe. Oder habe gerade nicht wirklich hingeguckt. Aber, ne, fand ich halt ein sehr, der Film war einfach sehr lustig. Ich würde den nochmal gucken. Ja, ich auch, vielleicht ein deutscher Synchro, hoffentlich, wenn er irgendwann kommt. Ich hätte den gerne mit dem Untertitel geguckt. Also, falls man kein Englisch kann oder nur so normal Englisch kann, sag ich mal so, am besten mit Untertiteln oder auf Deutsch gucken. Irisch ist, äh, ein bisschen schwer. Es wäre sehr schwierig, ja. Man muss schon genau hinhören. Ich musste den Ton auch sehr laut machen. Ja. Ja, genau. Ich musste mit Kopfhörern ran, sonst ging da gar nichts. Ja, alles klar. Dann, äh, siebeneinhalb, wir beide? Genau, siebeneinhalb, äh, ganz einer Meinung, würde ich sagen. Ja. Echt erstaunlich. Aber finde ich schön. Ja, das war unsere Kritik zu Extraordinary. Wie gesagt, ab dem 25. Oktober kann man den Film auf DVD und Blu-ray kaufen und, oder sich den beim Film Fantasy, nee, Fantasy Filmfest angucken. FFF. Genau, FFF. Da hat, feierte der Film Premiere Anfang September, irgendwann. auf jeden Fall ein sehr guter Film. Geht den gucken. Kann ich nur empfehlen. Dann, bis dann. Tschüss. Bis dann, tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Tele-Stammtisch zu einer weiteren Besprechung im Rahmen des Fantasy Filmfestes. Es reißt nicht ab. Wir haben wieder einen Film am Start, der bereits seit dem 6. September 2019 auf dem Fantasy Filmfest gezeigt wird, beziehungsweise im Rahmen des Fantasy Filmfestes und auch schon am 25. Oktober diesen Jahres auf DVD Premiere feiern wird. Aber, Lirum Larum, ich habe diesen Film überhaupt nicht gesehen. Allerdings habe ich mir jemanden an die Seite geholt, der ihn sich für euch angesehen hat. Und damit begrüße ich recht herzlich den Yassin. Hi. Guten Tag. Du hast dir Hotel Mumbai angesehen. Genau. Bereits aus dem Jahr 2018. mit einer FSK 16 versehen und einer Laufzeit von zwei Stunden und drei Minuten. Und das Ganze ist ein Drama, Thriller, der ja größtenteils auf wahren Begebenheiten beruht. Und in den Hauptrollen haben wir Dev Patel, den viele aus Slumdog Millionär kennen dürften. Armie Hammer, den man, glaube ich, nicht großartig vorzustellen braucht. Dann Nassanin Bojani, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich hoffe auch. Die manche vielleicht in Serien wie How I Met Your Mother mal gesehen haben dürfen beim einem oder anderen Auftritt. Und ansonsten haben wir noch im Cast, oh Gott, diese Namen, Anupam Kerr und der jetzt hier persönlich nichts sagt. Ich habe nachgeschaut. Der Anupam Perr oder Kerr, ne Kerr, den kennt man eher aus der Bollywood-Szene. Der hat in ein paar Bollywood-Filmen mitgemacht aus Indien. Also nicht aus Hollywood definitiv. Ah, okay. Und in der Nebenrolle haben wir noch Jason Isaacs. Das ist schon ein etwas bekannterer britischer Charakterdarsteller. So, jetzt brauche ich eine kleine Pause und die kannst du gerne dazu nutzen, um den Zuhörern so ein bisschen näher zu bringen. Worum geht es hier eigentlich? Der Film beruht, wie du schon gesagt hast, auf wahren Begebenheiten. Und zwar geht es da um die Anschläge vom 26. November 2008 in Mumbai. Und da haben die islamistischen Terroristen mehrere Anschläge verübt, systematisch und organisiert wirklich. Und das letzte Ziel der Anschläge war das Taj Mahal. Das ist ein extrem luxuriöses Hotel, wo wirklich Osten und Westen aufeinanderprallen, wo die indische Kultur auf die westliche Luxuskultur aufeinanderprallt. Und da geht es hauptsächlich um den Amerikaner David, der wird gespielt von Armie Hammer und um seine Frau Sarah, die wird gespielt von Nazanin Boniadi und die haben einen Sohn und wollen dort Urlaub machen und sind auch dort anwesend während der Anschläge. Und die werden von ihrem Kind getrennt und dann geht es meistens auch darum, dass die irgendwie zu ihrem Kind finden. Der Vater begibt sich der Gefahr und so weiter. So und dann der andere sehr wichtige Handlungsstrang ist mit Dev Patel, den ich hier in dem Film sehr mochte. Der ist Kellner in diesem Hotel, der kommt aus sehr ärmlichen Verhältnissen und ist auch auf den Job wirklich angewiesen, weil er eine Familie zu versorgen hat und bla bla. Und dass er und der Chefkoch vom Hotel, die versuchen, die Gäste zu beschützen, zu verstecken und zu retten vor den Terroristen. Das war es eigentlich auch schon. Okay, also haben wir im Großen und Ganzen ein relativ klassisches Geises Szenario vor natürlich einem wahren Hintergrund. Genau, da kann man direkt auch zu sagen, die Figuren, fast alle, sind fiktionalisiert, also die sind eher erfunden und beruhen nicht unbedingt auf einer realen Vorlage, aber der Chefkoch, der heißt Oberoi im Film, das ist der Anupam Kerr, von dem wir gerade gesprochen haben, der soll wohl auf einer realen Vorlage beruhen. Okay, ja gut, hatten wir gerade auch schon im Vorgespräch erwähnt, es ist natürlich immer so eine Sache, wenn man halt ein reales Ereignis mit fiktionalen Charakteren anreichert oder welchen halt die wahren Persönlichkeiten nachempfunden sind, ist natürlich eine kleine Gratwanderung, andererseits denke ich mal, das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, dass man sich als Regisseur oder Drehbuchautor durchaus auch damit einschränken kann, wenn man sich jetzt halt etwas zu sehr an realen Personen orientiert. Ja, also soweit ich im Internet sehen konnte, ohne eine ganz feste Garantie, sind die Rahmenpunkte des Films, die Orte mit den Anschlägen, die Vorgehensweise von den Terroristen, die sollen wohl alle wirklich auf der Vorlage beruhen, auf dem realen Ereignis, nur muss man hier auch immer ganz vorsichtig sein, natürlich, vor allem als Regisseur, weil das ist natürlich immer ein sehr heikles und emotionales Thema und da möchte man ja respektvoll und mit einer gewissen Ehrfurcht an den Film rangehen. Der Regisseur ist Anthony Maras, das ist ein ehemaliger Kurzfilmer, der jetzt hier sein Langfilm-Debüt abgeliefert hat und er hat auch das Drehbuch geschrieben zusammen mit John Colley, der schon bei einigen größeren Hollywood-Produktionen beteiligt war, wie ich sehe, so beispielsweise das Drehbuch zu Happy Feet geschrieben hat, ironischerweise. Inwiefern macht es sich denn bemerkbar, dass wir hier einen Kurzfilmer hinter der Kamera haben? Das wusste ich vorher nicht, bevor ich den Film gesehen habe, hatte ich danach mal nachgeschaut und das hat mich recht überrascht, weil man könnte ja sagen, jemand, der aus der Kurzfilmszene kommt und sein Debüt gibt, könnte an den Film rangehen, wie bei einem Kurzfilm. Genau. Das war hier aber nicht. Es gab nicht viel Story, also wirklich nicht sehr viel Story. Der ganze Film spielt ja auch nur an einem Tag, fängt morgens an und hört am nächsten Morgen wieder auf. Da geht es eher darum, wie die Terroristen vorgehen, dieses Kalte, diesen Hass von denen zu zeigen, wie die ganz emotionslos mit einem gleichgültigen Ausdruck einen Menschen nach dem anderen töten, wahllos. Und dann geht es natürlich auch noch um die Story, um dieses Ehepaar, wie die zu ihrem Kind finden oder finden wollen beziehungsweise viel zu erzählen gibt es da eigentlich nicht. Also bleiben die Terroristen auch relativ schlicht von der Darstellung her? Also bekommen die nicht eventuell irgendwie doch leichte menschliche Facetten zugesprochen? Also das sind, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, zehn Terroristen. Das hätte wahrscheinlich den Rahmen gesprengt, alle nochmal wirklich in ihrer, so als Personen richtig vorzustellen. klar. Aber die meisten Terroristen sind tatsächlich einfach nur Terroristen geblieben. Wobei es eine schöne Szene gab, die hat mir sehr gefallen, soweit man schön sagen kann bei so einem Film. Und einen Terrorist, den hat man auch etwas öfter gesehen als die anderen Terroristen. und der hatte auch eine ziemlich emotionale Szene, wo der, wo man gesehen hat, dann auf einmal, dass er im Inneren doch schon viel aufgewühlt ist durch die Ereignisse. Er telefoniert nach Hause und das ist jetzt eigentlich, ist das ein Spoiler, wieder keine Ahnung, generelle Spoiler Warnung bei mir, ich rutsche da ganz gerne mal rein in so einen Spoiler. Nee, der hat nach Hause telefoniert und das vor den Geiseln, die bis dahin da gefangen genommen hatten. Das war eine recht intensive Szene, finde ich, weil da hat einer der Terroristen auf einmal ein Gesicht bekommen, einen Charakter, während das bei den anderen eher nicht so war. Aber das beschränkte sich dann auch wirklich nur auf diese eine Szene, also das war jetzt dann nicht ein Charakterbogen, der sich irgendwie durch den Film zog oder sowas. Ja, also eigentlich nicht. Diese Szene hat den Rest des Films eigentlich nicht beeinflusst, allerdings hat er ganz am Ende, und das will ich jetzt nicht spoilern, das würde ein bisschen die Sparung rausnehmen, hat er am Ende dazu beigetragen, dass das Ende eine andere Wendung geht. geht, keine Ahnung. Okay. Es ist schwer zu erklären, ohne zu spoilern. Auf jeden Fall, der hat am Ende auf jeden Fall noch eine Schlüsselrolle. Na gut, ja, immerhin. Was mich jetzt noch interessieren würde, also ich kann mir das Ganze dann so vorstellen, dass es dann größtenteils wirklich in Innenräumen wahrscheinlich spielt, also innerhalb dieses Hotels. Wie wird denn das äußere Schauspiel dargestellt? Also sieht man da, weiß ich nicht, da dürfte ja auch ein ganz schöner Medienrummel gewesen sein. Also das ist ja ein Sensationsereignis so gesehen, so makaber, dass es jetzt klingen mag. Ja, der Film hat ja, die Anschläge haben ja außerhalb des Hotels angefangen und die hat man auch nur ganz kurz angerissen und gezeigt. So, und dann hat man das sogar schon im Hotel in den Nachrichten gesehen, dass da Anschläge verübt wurden. Und als sie dann im Hotel waren, dann ging es eigentlich fast wirklich nur um die Story im Hotel und zwischendurch wurde aber auch noch draußen gesappt. Da haben die gezeigt, wie die Polizisten total machtlos und verzweifelt vor dem Hotel stehen und nicht wissen, was sie tun sollen. Und warum die Terroristen auch den ganzen Tag rumwüten, wie sie wollen, war meine Frage erstmal. Ohne, dass jemand eingreift, weil die Anschläge haben Stunden vor dem Hotelanschlag schon angefangen. Das wurde so erklärt, dass die Special-Einheit aus Delhi kommen muss, aus New Delhi. Und das ist in Mumbai und die mussten erst anfliegen und in Mumbai haben die keine Spezialeinheit für sowas. Deswegen hat das so lange gedauert und schlussendlich tatsächlich waren die glaube ich erst nach fast einem Tag auch da. Das ist natürlich so rein, ja, auf Seiten du startest ist dann natürlich das auch durchaus prekär. Ja, aber ich glaube, es ging auch nicht anders damals, weil die haben glaube ich echt nicht die Kohle, um in jeder größeren Stadt eine Spezialeinheit, aber das sei mal dahingestellt. Wird das denn auch nochmal irgendwie ansatzweise thematisiert, dass da halt irgendwie auch ein Versagen auf Seiten des Rechtsstaates oder der Justiz ist? Nein, eigentlich nicht. Da gibt es nämlich noch zwei Polizisten, die nehmen, die trauen sich, sag ich mal, mit ein paar anderen Polizisten tatsächlich ins Hotel einzudringen und wollen schauen, was die da ausrichten können. Da gibt es einen Kameraraum, da wollen die hin, damit die ein bisschen den Überblick haben. Also die versuchen schon. Es ist nicht so, dass die alle wirklich ausnahmslos nur zugucken und machtlos da stehen, auch wenn sie trotzdem natürlich sehr machtlos sind, weil die Terroristen, die sind sehr kaltblütig, die haben richtig fette Ausrüstung dabei und wie soll man da mit einer kleinen Polizeieinheit, die überhaupt nicht für sowas trainiert wurde, wie soll man da dagegen vorgehen? Das stimmt natürlich. Wie, weil der Film hat ja immer eine FSK 16, wie ist das mit dem mit dem Gewaltgrad? Ist der Film sonderlich explizit oder zeigt er immer nur, also hat er schon eine gewisse Kontenance dabei, sag ich mal? Ja, also als Zehnjähriger sollte man sich den Film definitiv nicht angucken. Ja, wird man auch nicht reinkommen beim Fantasy Film. Ja, genau, aber zu Hause auch, ne? Ne, da, man zeigt schon auch mal hier und da einen Kopfschuss, aber die Kamera hält auch oft drauf, wenn irgendjemand stirbt oder getötet wird, aber die geht ganz schnell wieder weg, die Kamera. Das heißt, es wird gezeigt, aber damit es nicht zu unerträglich für den Zuschauer wird, das Gefühl hatte ich, geht die Kamera direkt wieder weg. Also man sieht es, aber nur kurz. Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass es sich dann irgendwie verharmlost anfühlt dadurch? Nein, auf keinen Fall. Also verharmlost wäre es geworden tatsächlich, wenn die daraus ein FSK 12 gemacht hätten. Und so ein Film auf so einer Story, das ist schon gerechtfertigt. Das soll ja auch ein bisschen polarisieren, denke ich. Ja, natürlich, klar. Ist ja, ja, es ist ja jetzt gar nicht so ein kleiner Film. Also da sind ja durchaus namhafte Darsteller und da wäre es schon zu erwarten gewesen, dass man da vielleicht, um halt ein breiteres Publikum anzusprechen, dass man da dann vielleicht gewisse Kompromisse eingeht. Aber das klingt ja durchaus erfreulich. Wo wir gerade bei den Darstellern sind, wie haben dir die gefallen? Also Dev Patel, ich mag den einfach irgendwie, ich weiß nicht warum. Genauso wie ich aus Bollywood Shah Rukh Khan mag. Ich finde beide einfach extrem sympathisch. In egal welcher Rolle. Dev Patel kennt man ja aus Slumdog Millionaire zum Beispiel. Da kommt er auch aus ärmlichen Verhältnissen. Irgendwie ist das der Klischee-Inner, den wir für arme Menschen jetzt nehmen, weißt du? Mittlerweile ja fast schon so. Ja, ich habe auch den Eindruck, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, das ist diese, da gibt es sogar zwei Teile von, glaube ich, The Best Exotic Marigold Hotel. Nee, sagt mir nix. Da spielt er auch so einen aufgekratzten, ganz jungen Hotelbesitzer und deshalb scheint mir seine Besetzung hier eventuell sogar dahingehend schlüssig zu sein. Also weil da spielt er eigentlich auch so die absolute Unschuld vom Lande. Okay. Und hier seine Rolle klingt ja zumindest ähnlich, nur dass er hier halt nicht der Hotelbesitzer vom Taj Mahal ist. Ja, genau. Der Hotelbesitzer, beziehungsweise den Besitzer selbst lernen wir hier gar nicht kennen, glaube ich. Der wird ja auch von dem von dem Chefkoch. Der ist so gesehen der Chef der ganzen Sache. Und auch der hat, finde ich, eine ziemlich gute Darbietung uns gezeigt, weil am Anfang war das so der schroffe Chefkoch, der hier Leistungsdruck und was weiß ich. Und zack, von einem auf den nächsten Moment ein bisschen billig gemacht vielleicht. Aber man fand ihn dann sehr sympathisch, weil er dann Herz gezeigt hat. Das ist aber natürlich eine beliebte Masche, denke ich. Jemanden erst voll grießgrämig und ernst zu zeigen und dann, ah, der hat doch ein Herz. Also finde ich ihn jetzt richtig geil. Aber es hat auch bei mir funktioniert. Okay. Ja, aber bei solchen Filmen ist ja durchaus wichtig, also wenn die da jetzt so, ich stelle mir halt vor, die sind da relativ zusammengepfercht von diesen Terroristen und warten letzten Endes auf ihre Kopfschüsse. Also so gruppendynamische Aspekte sind ja bei sowas auch immer sehr interessant. Ja, davon kommt nicht viel rüber. Da sind natürlich, um das wegen der Story kurz zu klären, Dev Patel und der Chefkoch, die sind in zwei Gruppen geteilt. Der Chefkoch ist in einem ziemlich schwer erreichbaren Raum, wo die sich eingekerkert haben. Und der Dev Patel versucht, seine Gruppe, in die er geraten ist, zu diesem Raum zu bringen, damit alle zusammenkommen und sich gegenseitig beschützen können. Aber von der Gruppendynamik kommt nicht viel rüber. Es waren natürlich viele Leute dabei, aber es ging wirklich hauptsächlich um den Hauptcast, also um die fünf oder sechs Personen. Gut, das ist natürlich, da hat der Film wahrscheinlich schon alle Hände mit voll zu tun, weil es ist nun mal ein wirklich, es gibt bestimmt einige Hollywood-Regisseure, die wahrscheinlich bis heute eher vor so einer Thematik zurückgeschreckt sind. Also gebührt da den Machern eigentlich schon Respekt, dass sie sich da überhaupt herangewagt haben. Weil man ja durchaus kulturell damit auch bisweilen vielleicht auch auf die Füße treten kann. Ja, das ist leider immer die Gefahr bei solchen Filmen. Da gab es doch auch den anderen Film mit Ben Affleck zum Beispiel, wie hieß der noch? Der auf einer Entführung auch beruht hat, beziehungsweise auf einer Geiselnahme. Argo. Genau. Das ist ja auch ähnlich. Wie soll ich sagen? Riskant, sich an so ein Thema ranzuwagen. Ja. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie weit der auf wahren Begebenheiten beruht hat. Die haben am Ende ja sogar echte Aufnahmen gezeigt, ne? Der basiert tatsächlich auch auf wahren Begebenheiten, ist natürlich aber auch an einigen Stellen Angereichert. Ja, dramaturgisch angereichert. Das ist aber gar nicht unbedingt schlimm, finde ich eigentlich. Weil irgendwas muss als Film, muss es ja trotzdem irgendwie funktionieren. Ja. Und solange es jetzt nicht irgendwie grob geschichtsverfälschend oder beschönigend ist, soll mir das recht sein. Also jetzt hier bei Argo beispielsweise, wenn sie da am Ende am Flughafen sind, ohne jetzt hier zu viel zu verraten, obwohl der Film ist jetzt schon ein paar Jährchen alt. Genau, das hatte ich gelesen. Ja. Das ist natürlich dann dramatisch zugespitzt. Ich hatte jetzt über Hotel Mumbai, hatte ich vom Kollegen, der die Kritik geschrieben hat bei uns, bei Movie Break, hatte ich gelesen, dass der manchmal vielleicht zu überdramatisch ist. Wie siehst du das? Äh, ich fand jetzt nicht um... Ja doch, wenn man sich die Geschichte um das Paar herum, der Amerikaner mit der arabischen Frau, die ist übrigens Araberin. Also im Film. In echt weiß ich jetzt nicht. Dass sie Araberin ist, hat auch wieder so eine Schlüsselfunktion am Ende. Jedenfalls, die Szenen wurden doch ein bisschen ganz Hollywood-like. So der heroische Vater, der unbedingt zu seinem Sohn muss und dafür alle Gefahren auf sich nimmt und so weiter. Und der versteckt sich dann und dann schleicht er um die Terroristen herum. Du weißt, was ich meine, ne? Hm, naja, das klingt dann auch schon ein bisschen... Ich könnte mir schon vorstellen, dass auch bei der Darstellung der westlichen Gäste, also beispielsweise halt Armie Hammer und seine Frau, glaube ich. Armie Hammer hat auch eine ganz typische Rolle. Also es sind teilweise typisch gezeichnete Charaktere. Auch Armie Hammer, das ist in dem Fall, der ist Russe im Film. Ach so, okay. Ein russischer Millionär oder so. Mhm. Genau. Und direkt am Anfang des Films, während die da in so einem Restaurant sitzen, bestellt er laut am Telefon sich Prostituierte in sein Zimmer und fragt dann sogar, äh, ich mach's mal mit deutschem Akzent, diese Frau hat große Nippel oder hat kleine Nippel. Oh Gott. Und direkt ein Tisch weiter sitzt das Paar, ne? Der Amerikaner und die Araberin. Das heißt, man findet ihn auch erst mal ein bisschen unsympathisch, so ein bisschen machohaft. Aber auch der hat am Ende wieder eine Schlüsselfunktion, wo ich mir dachte, okay, das hat eigentlich nicht zu dem gepasst, wie der Schauspieler vorgestellt wurde. Mhm. Aber sei's drum. Äh, war trotzdem okay. Also es war nicht so, dass es mich extrem gestört hat. Aber auch übertrieben dramatisiert halt, wie du gesagt hast dann. Also würdest du sagen, dass das Drehbuch manchmal schon zur Übertreibung neigt, aber dass die Schauspieler das dann relativ gut auffangen können? Das könnte man so sagen, ja. Was ich wichtig an dem Film finde, sind tatsächlich auch die Szenen um die Terroristen. Mhm. Weil man sieht viel von denen wirklich. Man hört auch hier und da mal so Gesprächsfetzen von denen, wie die zu zweit durch die Hotelzimmer gehen und einen nach dem anderen abschießen und sich dann unterhalten über, und sich gegenseitig sogar verarschen teilweise. Äh, da ist ja irgendein vegetarisches Baguette oder so, von irgendeinem Tablett, was da lag. Und sein Kollege verarscht ihn mit, ey, das ist Schweinefleisch und der spuckt dann sofort aus und was weiß ich. Also da sieht man, dass das den meisten wirklich das Ding gleichgültig. Die haben gerade gefühlt 200 Personen erschossen und ziehen sich gegenseitig auf wie Schulkinder. Okay. Ja, das ist natürlich, äh. Aber du hast das schon, du hast das schon als authentisch empfunden. Ja gut, wie, woher soll ich wissen, wie authentisch? Ja, so halt von dem, was sie so reden, so vielleicht, ob da auch mal so was Kulturelles durchscheint oder ob das völlig austauschbar wirkt, was die sagen. Ne, also es kam schon authentisch rüber, nur um das wirklich beurteilen zu können, muss man mal bei so Terroristen mitmachen, oder? Stimmt natürlich. Weißt du, was ich meine? Ja, ne, so war das jetzt auch nicht gemeint tatsächlich. Ne, alles gut. Äh, ja klar, jetzt, die Leute wissen nicht, wie ich aussehe gerade. Ich hab Bartklatze. Also es liegt schon nah, dass ich da mal so einen Probetag gemacht hab. Nein. Ich lebe ja noch, sag ich mal so. Nein. Also, um da, ich weiß gar nicht, ob wir da so viel drüber lachen sollten, aber ein bisschen Humor entschärft ja immer sehr ernste Angelegenheiten. Okay, ja, solange er nicht total deplatziert ist. Ne, eben. Hast du noch was zum Film, sonst würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende? Ne, eigentlich nicht. Dann können wir zum Fazit kommen. Genau. Achso, genau. Was Zielgruppe angeht, kann sich tatsächlich jeder Erwachsene mal anschauen, weil, wenn man sich sowas anguckt, bei dem Film muss ich, muss ich doch noch eine Sache anmerken. Dieser Film birgt die Gefahr, dass die Leute, die ihn gucken, noch mehr die AfD wählen. Verstehst du, was ich meine? Okay. Also, die Terroristen, die Moslems, die werden extrem als das personifizierte Böse, aber auf so eine gleichgültige Art und Weise gezeigt und ein besorgter Bürger in Deutschland, sag ich mal, wie die sich nennen, der könnte daraus direkt sagen, ja, guck mal, die Moslems sind alle Schweine und was weiß ich. Also, in der Hinsicht, wenn man sich den Film anguckt, sollte man echt aufpassen, dass man nicht in ein gewisses Schubladendenken verfällt, weil das geht, glaube ich, ganz leicht bei diesem Film. Okay. Es gibt nämlich auch kein Gegengewicht zu den Terroristen. Da gibt es halt die Araberin, die ist Moslem, glaube ich, kommt aber ganz am Ende erst raus. Da gibt es kein Gegengewicht, wo man sagen könnte, ja, die sind ja doch nicht alle so. Das heißt, alle Moslems in diesem Film werden als Böse gezeigt. Und das kann schon dazu neigen, dass die Leute in so ein Klischee-Denken verfallen. Deswegen, dort Vorsicht bitte. Ja gut, das ist dann natürlich schon ein bisschen prekär, aber du meinst das dann jetzt wirklich aus allgemeiner Zuschauersicht, also nicht jetzt irgendwie, also wenn man jetzt einen speziellen kulturellen Hintergrund hat, dass man dann nochmal einen anderen Blick drauf hat, wie das dargestellt wird. Und ja, genau, also ich zum Beispiel schaue mir das an und denke, ich denke, ich selbst denke mir, ich bin Moslem, weißt du? Jetzt könnten Leute, die den Film sehen, sich denken vielleicht, ja, da heißt das gut. Nein, das sind absolute Arschlöcher, das sind, ja, ein bisschen überspitzt jetzt funktioniert. Das sind absolute, es macht auch keinen Sinn, ich weiß, ich bin auch, ich komme auch aus dem Islam, deswegen weiß ich, was da so praktiziert wird, was da für Regeln herrschen teilweise und das, was die machen, ist total deplatziert, die folgen irgendeiner Ideologie und das ist nicht mehr, das ist nicht Religion, das ist Ideologie und rechtfertigen damit einfach all ihre Taten und das ist falsch und deswegen, wenn ich so einen Typ sehen würde, ich würde dem sowas von den Arsch treten, weißt du? und deswegen aufpassen, nicht Schubladen denken. Sehr schön gesagt, kann ich auch ganz kurz an dieser Stelle eine hervorragende Dokumentation empfehlen auf Fathers and Sons, die ich dieses Jahr für den Tele-Stammtisch gesehen habe, kann man gerne mal reinhören in die Kritik von mir und Maximilian Gnade von Movie Break, da geht es auch wirklich darum, die Ideologie des IS offen zu legen, kann ich sehr, sehr empfehlen, ein wahnsinnig deprimierender Blick und wirklich schon eine Art Milieustudie. Okay, Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit, Feuer frei. Wie viele, ja, nee, nee, komm, also in dem Kontext vergeben jetzt wirklich Punkte und nicht irgendwelche Gegenstände. Nee, nee, ist schon richtig so. Ja, oder was weiß ich, drei von fünf Kalaschenkows? Nein, 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 nein. Lassen wir, ist geschmacklos. Ja, also in dem Film fand ich Dev Patel echt gut. Bisher habe ich keinen Film gesehen, den ich nicht gut mit ihm fand. Es gab ja noch den Film Lion, den muss ich mir unbedingt noch angucken. Und ich fand ihn sehr sympathisch. Er war zwar schon so ein bisschen der Held auch, der so ein paar Leute gerettet hat und beschützt hat, aber ohne abzuheben. Das heißt, er ist immer noch authentisch geblieben. Man hat gesehen, er hat wirklich Schiss. Und das hat er gut gespielt. Und die anderen Schauspieler waren auch alle ganz gut. Ich habe jetzt keinen Schauspieler, wo ich mir dachte, der war scheiße. Story war gut. Die sind sehr gut an diese, an den Anschlag rangegangen, an den realen. Ich muss ihm deswegen vier von fünf geben. Auch wenn die Story zwischendurch ruhig ein bisschen mehr Story haben könnte. Aber das war auch gar nicht deren Ziel, glaube ich, bei dem Film. Also die wollten das halt eher bewusst minimalistisch halten. Ja, die wollten zeigen, wie die Hotelgäste damit klarkommen. Und natürlich die Leute mit dem Anschlag. Die wollten die Grausamkeit zeigen. Und dafür braucht es nicht viel Story. Das stimmt natürlich. Okay, gut. Dann wären wir, glaube ich, auch soweit durch. Herzlichen Dank für deine Meinung. Ich muss sagen, der klingt für mich auch nicht uninteressant. Werde ich durchaus mal einen Blick riskieren. Vor allem ist es ja auch bemerkenswert, dass das tatsächlich ein Debüt ist. Also wer traut sich an so eine relativ prekäre Thematik schon mit seinem allerersten Spielfilm heran? Das stimmt. Das habe ich auch zum Beispiel jetzt nicht so gesehen. Du hast völlig recht. Das ist extrem mutig von dem Regisseur. Gut. Dann, ja, kannst du noch natürlich ... Ja, wohl, Eigenwerbung ist jetzt, glaube ich, gar nicht so bei dir das Ding, ne? Nee, ich habe zwar einen Blog, aber der ist momentan so eingefroren. Da sind vier Beiträge. Deswegen mache ich da jetzt keine Werbung für. Okay, gut. Aber du kannst für dich Werbung machen. Ja, in aller Kürze. Ich bin natürlich weiterhin hier beim Tele-Stammtisch und generell unter Dom Carnage im Internet, ob nun auf Twitter oder auf Letterboxd. Und auf moviebreak.de mache ich Podcasts, schreibe Kritiken und noch so einiges mehr. Schaut gerne mal vorbei. Yassin, war ein sehr schöner Cast. Ja. Können wir gerne wiederholen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Filmbesprechung hier beim Tele-Stammtisch. Wieder im Rahmen des Fantasy-Filmfestes. Wir kriegen einfach den Hals nicht voll mit exklusiven Streams vom FFF. Und ja, bevor ich mich jetzt hier verquatsche, stelle ich mich mal vor. Ich bin der Dom, wie immer. Ihr kennt mich ja schon. Und an meiner Seite, mehr oder weniger, ist heute der Patrick. Hi. Und der Christopher. Hey, hey, hey. Ja, wir haben uns den Film Light of My Life angesehen. Beziehungsweise du bist, glaube ich, auf dem Fantasy-Filmfest gewesen, Christopher, hattest du erzählt, in Köln, ne? Anwesend, genau, anwesend in der Astor Film-Lounge in Köln, wo mich der Veranstalter begrüßte und mich reinließ und noch nicht einmal genau checken wollte, ob ich denn zu Journalisten gehörte, weil er sagte, da ist so wenig los, so wenig Leute sind da. Da hat er mich einfach reingewunken, fand ich sehr nett. Okay, alles klar. Und Patrick und ich haben den in einem Stream gesehen. Ja, der Film Light of My Life startete in den USA bereits am 9. August 2019, läuft hier exklusiv bislang auf dem Fantasy-Filmfest. Ich nehme auch an, dass der hier keinen Kinostart kriegen wird. Und er ist, ja, er ist nicht ganz das Regie-Debüt, aber auf jeden Fall der erste wirkliche Spielfilm von Casey Affleck, also dem Bruder von Ben Affleck, der mittlerweile eigentlich sogar, naja, hochkarätiger ist als sein Bruder. Immerhin hat Casey Affleck mittlerweile einen Oscar für sich zu verbuchen, nämlich für das Drama Manchester by the Sea. Und, ja, der Film kommt mit einer Laufzeit von einer Stunde und 59 Minuten daher und hat in den USA ein R-Rating. Hier in Deutschland wird es wahrscheinlich FSK 16 sein, denke ich mal, ne? Ja, da ist nichts Gravierendes. Gut. Ja, im Cast haben wir Buch und Regie Casey Affleck und auch Hauptrolle Casey Affleck. Und an seiner Seite spielt eine Schauspielerin, die kennen wir jetzt eigentlich noch nicht wirklich, Anna Pinovsky oder so ähnlich. Dann ist ansonsten noch vielleicht namenhaft Tom Bauer, den habe ich schon mal gehört, den Namen, und Elisabeth Moss. Ja, Christopher, möchtest du den Plot in all seinen Facetten uns darlegen? Bedeutungsschwangere Stimme hochfahren? Ja. In der Zukunft sind fast alle Frauen durch eine mysteriöse Pandemie umgekommen. Auch die Mutter der Kleinwrag. Und ihr namenloser Vater zieht mit ihr durch die Lande und sucht einen Ort, wo sie Unterschlupf und auch Frieden finden können. Sie haben Zeltausrüstung und richten sich jede Nacht irgendwo in den Wäldern abgelegen ein und beschützen sich dementsprechend auch durch Drähte, die sie aufziehen, durch verschiedene Sachen, die sie dort prostieren, um halt sofort zu merken, falls jemand um die Ecke kommt. Und insgesamt ist zwar die Weltwirtschaft zusammengebrochen in dieser Welt, sie erholt sich aber ganz langsam wieder. Immer wenn der Vater, ich nenne ihn jetzt einfach nur so, weil er ja nun mal im ganzen Film keinen Namen hat, denn der Vater und Reg in eine neue Stadt kommen, sehen sie, dass dort durchaus Handel betrieben wird. Und so langsam baut sich wieder eine Zivilisation auf, aber es ist schleppend. Und der Vater hat halt große Sorge, was passiert, wenn Leute eben ein kleines Mädchen sehen. Leute, die schon sehr, sehr lange keine Frauen und keine Mädchen mehr gesehen haben. Darum sagt er Reg ständig, dass sie sich wie ein Junge geben soll. Sie muss sich die Haare kurz schneiden, sie muss sich anziehen wie ein Junge und auch so geben. Das führt dann auch zu Momenten, dass er einen absoluten Tobsuchtsanfall bekommt, wenn Reg mal versucht, sich etwas femininer zu kleiden. Weil er halt die Vorstellung, dass ihr was passieren könnte, ist logischerweise in seiner Situation das Allerschlimmste. Und sein Beschützerinstinkt ist halt wirklich sehr, sehr stark, was sie betrifft. Und der Film besteht im Großen und Ganzen, es steht die Beziehung der beiden im Vordergrund. Man sieht, wie sie von Ort zu Ort ziehen. Und er einfach mit ihr Gespräche führt, die auch so im Alltag zwischen Vater und Tochter passieren könnten. Sie fragt ihn ganze Dinge, die sie in einem Buch gelesen hat. Zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen Ethik und Moral? Und er erklärt ihr halt die Welt und erzählt ihr Gute-Nacht-Geschichten, die er improvisiert, weil er nicht wirklich mehr Bücher oder Ähnliches zur Hand hat, aus denen er vorlesen kann. Ja, genau. Das trifft es so in den Grundzügen. Ja, wir werden uns jetzt versuchen, irgendwas zu diesem Film aus den Fingern zu sauen. Oder eher rauszupressen. Was war denn eure Erwartungshaltung so an das Ganze? Ich hatte im Vorfeld gehört, dass er langsam ist, aber das muss ja nichts heißen. Der Trailer und auch das gesamte Marketing ließ aber eben darauf hoffen, dass man hier einen typischen Post-Apocalyptic-Survival-Thriller zu sehen bekommt. Das Setting wirkt sehr vertraut. Es wirkt wie diverse Filme in dieser Richtung und auch diverse Serien in dieser Richtung. Und du denkst halt schon, dass es eine doch aus Spannung ausgerichtete Narrative gibt. Aber die gibt es hier überhaupt nicht. Es gibt hin und wieder Momente, wo die beiden mit gefährlichen Leuten konfrontiert werden und dann fliehen müssen. Und wenn das passiert, dann kannst du dich die nächsten 20 Minuten wieder darauf einstellen, dass die beide nur wieder durch Wälder latschen und Grundsatzdiskussionen führen. Und das wäre auch nicht so schlimm, wenn denn das interessant wäre, die Figuren an sich interessant wären, das Verhältnis zwischen den beiden interessant wäre. Aber nichts davon ist auf emotionaler Ebene packend und auf intellektueller Ebene schon mal gar nicht. Weil das ist überhaupt für mich hier, das kann ich gleich vorwegnehmen, das Allerschlimmste. Für gewöhnlich steckt immer irgendwas dahinter bei Filmen aus diesem Genre. Sei es Kritik an der Umweltpolitik, sei es Kritik an der Verrohung der Gesellschaft oder sei es eben jetzt auf die Charaktere, auf etwas Enges bezogen irgendwie Kritik, was man in Familien erlebt oder wie Leute da miteinander umgehen. Aber hier ist wirklich nichts, was ich da für mich herausziehen konnte. Nichts, wo ich sagen kann, ah, der Film will ganz klar dahin, will ganz klar diesen Punkt deutlich bearbeiten. Ja, es wirkte für mich irgendwie alles sehr zusammenge... Klaut? Ja, zusammengeklaut. Also, das haben wir ja auch gerade eben schon im Vorgespräch angemerkt, da sind wir uns wirklich einig. Der Film erinnert, ob es in seiner Erzählweise ist oder halt von seinem Setting her, seiner Konstellation als letzten Endes zwei-Personen-Familien-Drama mit irgendwas drumherum. Das hier ist wirklich die schwache Version eigentlich von The Road mit Viggo Mortensen. Das kann man nicht anders sagen. Das war für mich The Road auf Valium. Es ist ja schon bezeichnend, dass du auf dem Plakat siehst, wie der Vater da mit der Tochter redet. Und von solchen Momenten hast du gefühlt 40 Minuten. Nur erzählen sie da nicht viel Spannendes. Es gab sogar einen Moment, da erklärt der Vater, was eine Vagina ist. Und das hat mich fast schon wenig an Keinohrhasen erinnert, so wie er sich da rumgedrückt hat. Ja, das ist der einzige etwas leichtere Moment, den es da gibt. Ich meine, mich hat er leicht zum Schmunzeln gebracht, weil er quasi das Thema Aufklärung im Schnellverfahren da versucht runterzuhaken. Aber ansonsten sind da so viele Szenen, da fragst du dich, was soll das denn jetzt? Das ist auch nicht irgendwie nett oder charmant anzusehen, wie er mit ihr redet und den Vorzeige, der die raushängen lässt. Nein. Du hast diese Eröffnungssequenz, wo die beiden im Zelt liegen und er erzählt ihr eine Gute-Nacht-Geschichte, die er irgendwie mit der Geschichte von Noas Arche verknüpft. Und am Anfang habe ich mir noch gedacht, das ist jetzt halt der kurze Prolog und danach wird der Titel eingeblendet und das kann ja nicht lange dauern. Und du hast auch nur diese statische Kameraeinstellung in dieser Szene. Oh, furchtbar. Ja, generell die Kamera. Nur die beiden, wie sie da liegen und er erzählt diese Geschichte und es geht weiter und weiter und weiter bis zu einem Punkt, wo ich mich gefragt habe, ist das jetzt der komplette erste Akt? Ja. Sehen wir die beiden jetzt nur so die erste Zeit in diesem Zelt? Ja, so in Echtzeit. Ja. Und dann nach, keine Ahnung, gefühlten 10, 12 Minuten war endlich Schluss und der Titel wurde eingeblendet. Und dann kam eine große Erleichterung bei mir. Ja, es war eine wahnsinnig langatmige Auftaktszene. Oh ja. Also wirklich, vor allem wäre das ja verschmerzbar. Ich meine, die war ja gar nicht mal unbedingt schlecht geschrieben. Aber die ist einfach, also man merkt Casey Affleck dann irgendwie auch an hinter der Kamera, dass er noch relativ unerfahren ist. Weil, meine Güte, diese statische Kameraführung. Ich meine, der Film hat eigentlich schöne Aufnahmen, aber die Kamera ist auch dann, vor allem in Außenaufnahmen, ist sie immer zu weit weg, habe ich das Gefühl. Du bist nie so wirklich im Geschehen. Vielleicht ist das auch gewollt, dass du irgendwie eine Distanz spürst. Nur funktioniert das dann nicht, wie der Film geschrieben ist. Also die Inszenierung und das Drehbuch arbeiten teilweise sogar gegeneinander in diesem Film, würde ich sagen. Die ergänzen sich nicht, sondern stoßen aneinander, reiben sich aneinander. Das funktioniert nicht. Das stimmt ja. Wenn du bedenkst, wie viel Zeit du mit diesen Charakteren verbringst und wie ausschweifend deren Dialoge sind, ist es wirklich komisch, wie nach guten zwei Stunden die beiden dir immer noch so egal sein können. Weil wirklich warm geworden bist du mit denen nicht. Ich meine, das Mädchen ist nett in dieser typischen Neugierde auf die Welt, die Kinder ja nun mal haben. Das hat sie wirklich gut gespielt. Also da kann man beiden eigentlich. Die Chemie zwischen den beiden ist gut. Und doch kommt da nie wirklich das Gefühl auf, dass man will, dass diese Reise irgendwo schön für sie endet. Auch weil die die Gefahrenmomente einfach zu schnell abgehackt wurden. Ja, aber auch dieses apokalyptische Szenario, da wird null draus gemacht. Du siehst halt so ein paar Landschaftsaufnahmen und das war's. Und du siehst so ein paar Leute durch die Gegend mit ein Auto tuckern, die sie dann mitnehmen. Und das war's auch, was du da von dieser Welt erfährst. Ja, vor allem wäre da ja Potenzial gewesen. Das hat ja Christopher gerade eben schon gesagt. Weil das mochte ich durchaus an dem Film. Weil normalerweise haben wir ja immer diese Klischees, entweder es ist alles kaputt, ja, wie in The Road. Oder zum Beispiel in Children of... Ja, ja, gut, Children of Mander ist das halt schon ein schleichender Prozess. Und hier ist es auch ein schleichender Prozess, aber eigentlich wieder in die Gegenrichtung. Hat ja Christopher gerade eben schon gesagt, dass hier so langsam sich wieder eine Zivilisation aufbaut. Und das fand ich eigentlich durchaus spannend. Aber der Film macht nichts daraus. Also wirklich nahezu gar nichts. Es wird irgendwas angedeutet, was dann teilweise nirgendwo hinführt. Und weiß ich nicht, also in Ansätzen, das hattet ihr ja auch schon vorhin schon gesagt, hier mit dem, da ist ja dann durchaus eine Ebene auch hier von wegen mit hier Glaubensfurcht und sowas, ne? Also das ist ja nichts Neues, dass sich Menschen in solchen Zeiten dann irgendwie wieder verstärkt dem Glauben widmen. Das kennt man ja auch irgendwie aus Weltkriegsfilmen oder so. Nur du hast ja einmal das, du hast den religiösen Aspekt, du hast halt Leute, die finden halt wieder zu Gott, mehr oder weniger, weil sie nichts anderes haben. Aber überleg mal, worum es hier geht. Es geht um einen Virus, der fast alle Frauen hingerafft hat. Ja. Was bedeutet das für die Dynamiken der Welt? Was bedeutet das für die Themen Sexualität? Was bedeutet das für die Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern? Der Film macht nichts daraus. Du triffst Männer, die gehen ihrem Tagwerk nach. Du triffst Männer, die sind wilde. Aber du wirst nicht weiter darauf eingehen, wie jetzt Männer diese Welt betrachten, so völlig ohne Frauen. Du hast nichts diesbezüglich. Auch was Casey Affleck jetzt davon hält. Er ist die ganze Zeit nur damit beschäftigt, halt ein guter Vater sein zu wollen. Das ist verständlich. Aber auch die Dialoge, die er da mit anderen Männern führt. Es wird dieser Zustand dieser Welt, der wird in keinem Moment richtig erfasst. Das stimmt. Und vor allem, jetzt kommt dann noch dieser Punkt, Elisabeth Moff spielt ja diese Mutter. Und das hat so krasse Parallelen zu The Road, wie da Charlize Theron gestorben ist. Nur geht dir das emotional kein bisschen nah. Das ist halt super traurig. Aber diese Charaktere, die sind dir auch nach den 2 Stunden so auf Distanz wie am Anfang. Du hast da null Bindung aufgebaut. Und das ist dir im Prinzip egal. Du bist im Prinzip froh, dass der Film vorbei ist. Weil im Prinzip hat der Film aus all diesen ganzen guten Sachen oder guten Ideen, die er hatte, nichts gemacht. Sagen wir mal so, du musst im Bereich Post-Apokalyptik mittlerweile 2 Sachen haben. Du musst entweder verdammt interessante Charaktere haben, denen du gerne folgst und deren Schicksal dich interessiert. Oder du brauchst irgendwie so ein ganz bestimmtes, interessantes Konzept wie A Quiet Place, was den Film sich alleine schon tragen kann. Richtig. Und hier hast du weder die Charaktere, du hast kein interessantes Konzept, du hast auch keine Spannungsdramaturgik oder auch herausstechende Action-Szenen. Du hast hier, wie gesagt, wir haben es vorhin schon gesagt, insgesamt das Gefühl, dass der Film hervorruft, ist am Ende Ratlosigkeit. Weil du nicht weißt, was will der von mir und in was für einer Art und Weise will er mich unterhalten. Aber da kommen dann jetzt wahrscheinlich wieder welche daher und sagen, ja, das ist halt alles künstlerische Intentionen. Der soll irgendwie Ratlosigkeit, soll irgendwie Lehre hinterlassen. Aber ich habe das Gefühl, also das kann man ja gerne dann einwerfen und den damit verteidigen. Aber ich finde, er hinterlässt die falsche Art von Lehre, wenn dann auch. Also du denkst dir danach einfach nur, was sollte das jetzt alles? Und nicht irgendwie, oh, unsere Gesellschaft ist so am Arsch und oh, hoffentlich blüht uns das nicht. und oh, alles ist so trostlos und scheiße und wir schlittern genau in so eine Ära hinein. Das denkst du dir gar nicht, sondern du denkst einfach nur, was das sollte. Und dass sich dann auch Casey Affleck selber so inszeniert als Super-Dad letzten Endes auch. Also mich hat es auch teilweise, zwischendurch musste ich sogar an Kevin Costner in Der mit dem Wolf-Tanz denken. Ja, und da haben wir noch einen Punkt. Wenn du viele Dialoge hast, dann schreibt doch die Dialoge ein bisschen besser, ein bisschen spritziger, dass da ein bisschen Wortwitz oder so drin ist, dass dich irgendwas bei Stange hält. Ja, da fand ich ja mit Abstrichen, also diese Intro-Szene, wo er irgendwie gefühlt eine Ewigkeit, eine gute Nachtgeschichte erzählt, die war ja eigentlich noch schön. Aber das ist ja ... Also, das ist halt auch das Problem, selbst die schönen Momente sind viel zu lang in diesem Film. Und viel zu steril. Alles, ja, und steril inszeniert irgendwie auch. Also, man muss es wirklich noch mal sagen, also die Kameraführung, das ist wirklich ... Also, der Film, der sieht aus wie Filme machen 1.1, wirklich. Dabei hat er eigentlich keine schlechte Kamera, nur sie wird irgendwie nicht gut eingesetzt. Und da merkt man dann halt auch, was Affleck dann auch selber ... Ich meine, ganz ehrlich, wir haben hier einen wirklich fähigen Kameramann. Das ist hier Adam Akapoff. Der hat solche Filme gemacht wie ... Ja, weiß ich nicht. Jetzt zuletzt hier True Detective hat er gedreht. Und, weiß ich nicht, hier Macbeth, Assassin's Creed, die haben ja einen sehr eigenen Stil optisch, diese Filme. Jetzt auch The King in Venedig jetzt gerade. Aber da siehst du absolut nichts von. Also, dieser Film, das ... Keine Ahnung, also, was da vorgefallen ist. Ey, wenn man es nicht besser wüsste oder wenn man es ganz zynisch sehen will, kann man dir ja sogar sagen, vielleicht wollte Affleck sein Image mit diesem Film wieder so ein bisschen reinwaschen. Er hat momentan ein bisschen was abbekommen. Vielleicht wollte er mit diesem Film sein Image wieder aufpolieren und dachte, wenn er das jetzt zu humorvoll macht oder wenn er zu viele Elemente einstreut, dann könnte man diese Message da oder dieses Wiedergutmachen vielleicht ein bisschen übersehen. Ja, nur, es ist halt ... Es fehlt, wie du sagst, eine Bildersprache, die wirklich beeindruckend ist von der Kamera aus. Weil, wenn du schon einen Film in einer postapokalyptischen Welt spielen lässt, lass sie verdammt noch mal gefährlich wirken. Ja, richtig. Ja, es müssen jetzt hier nicht überall Tote rumliegen. Aber lass die Sachen wirklich abgewrackt und kaputt aussehen. Zeig Orte, wo es früher Leben gegeben hat und jetzt kein Leben mehr. Zeig die Verzweiflung und den Niedergang. Nur hier, ich weiß nicht, ob es vielleicht hier an Budgetproblemen lag. Ich denke schon. Dass man gesagt hat, wir stapfen jetzt hier nur durch den Wald, weil wir können jetzt hier keine Geisterstadt zeigen oder so was. Aber auch da kann man kreativ werden. Und es ist halt nichts da, was irgendwie den Anschein erweckt, hier eine bedrohliche oder haupteinepackende Atmosphäre zu erzeugen. Du hast ja vorhin gesagt, im Prinzip ist es eine Welt, die sich gerade im Wiederaufbau befindet. Dann zeig mal so ein paar Leute, die dem Neuen wieder ein bisschen skeptisch gegenüber sind, weil sie jetzt diesen krassen Überlebenswillen gewohnt sind und den Jagdtrieb genießen, weil die ein bisschen verroht sind. Irgendwie sowas in der Richtung. Das würde ja auch dem Ganzen wieder so ein bisschen Schwung reinbringen. Ja, es sind ja Ansätze dafür vorhanden, aber Affleck baut sie irgendwie ein, um sie halt irgendwie drin zu haben, hat man das Gefühl. So die To-Do-Liste. Was braucht ein apokalyptischer Film? Gute Frau, check. Tochter, check. Der rumziehende Banden, check. Der erste Häuser, check. Also er hat sich, ich meine, The Road ist ja auch, glaube ich, eine Romanverfilmung gewesen. Von Cormac McCarthy. Genau, genau. Großartig. No Country for Old Man ist von dem und so weiter. Also der Film ist von Joe Hillcoat, glaube ich. Ja, genau. Also den können wir an dieser Stelle wirklich empfehlen, würde ich sagen. Wenn ihr was aus dieser Besprechung rausnehmt, schaut The Road. Ja. Genau. Schaut The Road und nicht Light of My Life. Ja. Genau, das ist das Positivste, was wir hier bringen können. Oder auch jeden anderen populären postapokalyptischen Film. Nee, und bei The Road, da ist es ja auch im Buch so, dass die bei der Sprache dargearbeitet haben, dahingehend, dass der Vater seiner Tochter da einiges erklärt. Und die Tochter versteht eben noch nicht so viel. Deswegen ist da die Grammatik ein bisschen auch diesen Reifungsprozess der Tochter angepasst. Deswegen ist es da ein wenig stumpfer von der Sprache her. Aber das ergibt dann im Gesamtkontext Sinn. Also die Sätze sind dann kurz und knapp. Die Sprache ist nicht ganz so ausgeprägt. Und das ergibt dann so ein schönes Ganzes. Das sind auch wenige Dialoge. Ja. Ich glaube auch in dem Film. Und das unterstützt das Ganze. Und auch diese Vater-Tochter-Thematik da in dem Film. Und auch das postapokalyptische Filme, die jetzt mehr auf Spannung und Action ausgerichtet sind, könnten jetzt Verteidiger dieses Films sagen, sind da nicht so gut. Weil hier in diesem Film steht ja nun mal die Botschaft und generell das Vater-Tochter-Verhältnis im Vordergrund. Aber letzten Endes, du kannst hier auch nichts daraus ziehen. Wir haben es ja nun mal wirklich versucht. Und da ist einfach diese Leere. Dann kannst du dir auch was ansehen, was ein bisschen mehr Pepp hat. Es gab doch letztes Jahr diesen Festival-Film, der so gefeiert wurde, auch in dieser Richtung. It Comes at Night. Ah, ja. Selbst den würde ich dem vorziehen. Und der hat auch so seine Längen diesbezüglich. Leute, habt ihr noch was zum Film? Sonst würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Weil so wahnsinnig viel gibt es über den nicht zu sagen. Ja, wir haben viel gesagt, wenn man bedenkt, dass es nichts zu sagen gab. Wir sind mit drei Leuten auf so 24 Minuten gekommen dann ungefähr. Das ist, ja. Ja. Wrap it up. Gut, euer Fazit. Und wir vergeben, ja, ich würde sagen, wir vergeben ... Zeltnägel. 1 bis 5 The Roads. Und wen würdet ihr den Film empfehlen? Äh ... Hardcore Casey Affleck-Fans. Ja. Ich würde da sogar noch eine Spur weitergehen. Ich würde diesen Film Hardcore-Helikoptereltern empfehlen. Weil die können sich da vielleicht ein wenig mehr reinversetzen und haben da vielleicht ein bisschen mehr Adrenalin bei dem Ganzen. In uns hat das halt nichts ausgelöst. Grundsätzlich Leute, die halt gerne mit Kindern reden, Leute, die in pädagogischen Berufen arbeiten und Leute, die irgendwie Vater-Kinder-Dramen mögen. Für Leute, die Vater-Kinder-Geschichten mögen, ist das tatsächlich noch interessanter als für Leute, die eben gerne postapokalyptische Sci-Fi mögen. Genau. Weil der hat nichts anzubieten diesbezüglich. Was sind denn ... Also wie viele The Roads vergebt ihr? Ich gebe 2 von 5 The Roads. Ach, ja. Ja, ich auch mit gutem Willen tatsächlich. Dem schließe ich mich an. Es ist ja ... Also er ist anschaubar, wenn man nicht irgendwie zwischendurch ... Also ich kann es jetzt auch noch mal hier sagen, ich bin mehrere Male eingeschlafen während des Films. Du solltest den Film eben nicht nach einem harten Arbeitstag ansehen, dann hat der wirklich eine einschliefernde Wirkung. Ich habe bei dem Film auch ein, zwei Anläufe gebraucht. Ich habe den auch nicht in einen Rutsch durchgepackt. Der ist ... Vor allem Casey Affleck, das müssen wir auch noch mal sagen. Also Leute, wenn ihr den im Original guckt, Casey Afflecks Sprechweise ist auf die Dauer echt anstrengend. Wirklich. Und monoton. Und monoton, ja. Ja, der hat halt eine sehr hohe Stimme. Da kann der nichts dafür. Die war schon immer sein ... Und, ey, was mich in dem Film noch verwundert hat, dass niemand dahinter gekommen ist mit diesen Leuten, mit denen sie geredet haben, dass das ein Mädchen ist. Die hat so eine Mädchen-Stimme. Da hat es mich echt gewundert, dass das erst am Schluss so einer von diesen religiösen Menschen dann gerafft hat. Ich war aber zwischendurch, das muss ich zugeben, war ich immer mal wieder am Überlegen, ob sie jetzt ein Mädchen oder ein Junge ist. Okay. Zwischendurch immer mal wieder, so am Anfang zumindest. Hast du gedacht, da kommt irgendwie ein großer Twist von wegen, er verkauft sie als Mädchen und sie ist gar keine ... Nee, er verkauft sie als Junge und dann ist sie doch ... Das hätte irgendwie keinen Sinn ergeben, aber ... Ja, oder ... Das wäre ja irgendwas gewesen ... Ja, genau, wo wir wieder bei dem Punkt sind. Da wäre ja ein Konflikt gewesen. Richtig, das geht ja nicht. Da wäre ja Spannungsbogen drin, nein. Ja. Obwohl einen Konflikt hat es ja gegeben. Also, man muss ja sagen, das Vater-Tochter-Verhältnis ist ja für sich genommen eigentlich nicht schlecht erzählt. Nur der Film ... Also, es ist auch schön gespielt, die haben eine schöne Chemie und die kleine ist wirklich richtig, richtig, richtig gut. Das kann man nicht anders sagen. Ich meine, ganz ehrlich, auch mit jemandem wie Casey Affleck zu spielen, ne, in dem Alter. Ich meine, Casey Affleck ist nun mal eigentlich wirklich ein richtig, richtig toller Schauspieler. Ja. Unabhängig jetzt von seinen privaten Eskapaden, die da jetzt irgendwie ans Licht gekommen sind vor ein, zwei Jahren. Ja, Leute, schaut euch The Road an oder alles anderes Gute, was das Genre herzugeben hat. Oder Children of Man, den kann man auch noch in dem Atemzug empfehlen. Oder Children of Man oder It Comes at Night oder A Quiet Place oder jeder andere Titel. Verdammt, sogar eine Staffel von The Walking Dead gibt da am Ende mehr her. Ja, die Anfangsstaffel von The Walking Dead. Ja. Wir verabschieden uns hiermit. Danke fürs Zuhören. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao. Sehr geehrte Audienz, und hier ist wieder mal der Tele-Stammtisch und diesmal auch wieder mit Fantasy-Filmfest-Kost und neben mir der Dominik. Hallo Dom. Wunderschön guten Abend. Wir haben uns das Centerpiece gepackt und zwar den tollen Film Little Joe und wir hatten sehr viel Spaß dabei, ne? Ja, so eben wie zwischen Bettkante und Boden, glaube ich. Das ist einfach so, sorry. Das ist der beste Subtitle für Little Joe zwischen Bettkante und Boden. Ja, so little war er dann, ne? Der Joe. Ja, tatsächlich. Ja, ich hab mich eh gefragt, wo... Ja gut, ne, Joe gab's ja, aber... Oh, ja, bitteschön. Ich will dich nicht unterbrechen. Nee, alles gut, wie ziehen wir das Ganze auf? Du bist ja die Moderation heute. Ich bin die Moderation heute, das ist sehr ungewöhnlich. Ja. Ich erzähl mal ganz kurz nur, was wir hier überhaupt vor uns haben. Wir haben nämlich ein laut Programmheft Science-Fiction-Film. Ein Drama, ein Science-Fiction-Drama. Science-Fiction-Drama, ja. Ja. Und ist produktionstechnisch aus ganz vielen verschiedenen Ländern zusammengeschustert. mainly Österreich und England, würde ich sagen. Ja. Österreich und Großbritannien. Ja, bei Österreich macht sich schon bemerkbar, ich hab im Vorspann den Namen Martin Schlacht gelesen. Ja, den kennt jeder Österreicher wahrscheinlich. Das ist ja, glaube ich, der... Ist das nicht der Kameramann von Ich-seh-ich-seh gewesen? Ich glaube schon, ne? Das könnte durchaus sein, ja. Ja, Ich-seh-ich-seh kann man sehr empfehlen, ja. Ja, den empfehlen wir jetzt mal hier im Vorfeld. Also alles, was hinter der Kamera ist, ist österreichisch. Zum Beispiel Regisseurin ist Jessica Hausner. Und alles, was vor der Kamera ist, ist aus Großbritannien. Unter anderem Emily Beecham und Ben Whishaw. Die kennen wir aus diversen Filmen und Serien, glaube ich. Genau, in erster Linie noch Ben Whishaw. Ja, das Parfüm. Genau, Ben Whishaw, das Parfüm. Oder halt auch in den neueren Bond-Filmen, da ist er ja als cute zu sehen. Genau. Und ja, ist ja eigentlich ein durchaus bekanntes Gesicht. Ja, unterstütze ich. Das Skript hat Jessica Hausner dann geschrieben, glaube ich, mit einer Französin zusammen. Ja, da sind wir noch internationaler. Ja, aber ansonsten, ja. Eine Stunde, 45 Minuten im Gewächshaus. Ich weiß nicht, wer von uns zwei übernimmt die Handlung. Du bist gerade so voller Vitalität, deshalb. Ich bin voller Vitalität. Deswegen werde ich so vital wie die Pflanzen im Gewächshaus ganz kurz eine Inhaltsangabe abgeben. Ja, oder versuche es. Alice. Ja. Alice, und zwar nicht Alice im Wunderland, sondern Alice im Gewächshaus, ist eine Frau, die ihren Job im Gewächshaus auch liebt. Ja, so, jetzt lese ich ihr Kraft vom Filmstaats ab, aus Versehen. Ja, sie ist Mutter- und Pflanzenzüchterin. Und das sind ihre zwei, wie nennt man es? Konstanten im Leben. Konstanten in ihrem Leben. Und sie entwickelt mit Ben Whishaw zusammen eine Pflanze, deren Duft so gut und stark sein soll, dass er die Leute glücklich macht. immer in Hinsicht dessen, dass es vielleicht irgendwann mal später Depressionen oder sowas heilen kann. Und um das zu erreichen, hat sie unerlaubterweise einen Virus in das Genmaterial eingepflanzt, welcher die Pflanze daran hindert, dass sie sich reproduzieren kann. Und jetzt ist es so, dass die Pflanze sich aber trotzdem reproduzieren will und das nicht mit sich machen lässt. Und deswegen Wege sucht, sich zu reproduzieren. Und das ist die Handlung des Puls. Das ist praktisch The Happening trifft auf Angriff der Körperfresser. Ja. Ja, so für die Botaniker-Fraktion. Ja, also die Botaniker unter uns, die werden sich wahrscheinlich auch fragen, was sehen sie da jetzt gleich? Ja, aber das fragen sich nicht nur die Botaniker, das fragen sich auch die Otto-Normal-Zuschauer. Also wir hatten es ja gerade schon im Vorgespräch angemerkt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die erste halbe Stunde nicht verstanden wirklich, worum es geht. Beziehungsweise habe mich gefragt, das kann doch nicht die ganze Handlung sein. Ja, aber jetzt muss man dazu sagen, dass sich der Film ja wirklich bemüht, dir die Handlung zu erzählen. Ja. Die reden doch ganz viel über die Handlung. Ja, nun ist es halt komplett uninteressant, was sie erzählen. Ja. Ich fange trotzdem gerne mal mit etwas Positivem an. Ja. Ich fand Alice ganz gut gespielt. Und die hat damals auch in Cannes gewonnen, habe ich heute noch im Vorfeld gelesen. Die beste Schauspielerin, weibliche Hauptdarstellerin. Okay, ach, diese Emily Beecham. Ja. Die war jetzt auch in Into the Badlands war die auch. Ja. Ja. Und der Film ist streckenweise sehr hypnotisch. Farbenfroh würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Er hat sogar ein paar Farbvergewaltigungen, würde ich eher sagen. Ja, ja. Aber wenn man es ein bisschen dreht und wenn, könnte man fast sagen, ein bisschen Wes Anderson Farben ist er dann doch. Ja, tatsächlich. Der hat so einen ganz leichten, also so vom Colorgrading her, so einen gewissen Anderson Vibe. Das stimmt schon. Ich habe mir zwischendurch auch vorgestellt, was Anderson aus dem Stoff gemacht hätte, muss ich zugeben. Ja, er wahrscheinlich erst mal aus einer Stunde 45 hätte er wahrscheinlich ein bisschen mehr. Obwohl Moonrise Kingdom war damals gar nicht so lang, gell? Na, stimmt der nicht, ja. Aber der war auch eher so eine Fingerübung, ne? Ja. Ja, ich meine, der Film hier wäre für Wes Anderson auch nicht mehr als eine Fingerübung. Nee. Okay, wir versuchen jetzt hier irgendwie über die 10-Minuten-Marke zu kommen. Ja, es ist halt, weiß ich nicht, man ist ratlos irgendwie, wenn man den gesehen hat. Also es ist so, dass Alice, die nimmt irgendwann mal als Geschenk für ihren Sohn Joe, also das ist dann der Big Joe sozusagen in diesem Film, eine Pflanze mit nach Hause. Und über die Zeit hinweg verwandeln sich alle Personen, die irgendwie mal mit dieser Pflanze in Kontakt gekommen sind, sich in eine Art... Glückseliger Zombie. Ja, das beschreibt es ganz gut. Und hey, jetzt kommt der Spoiler. Die Pflanze bläst nämlich irgendwelche Pollen in die Luft. Und wenn man die einatmet, dann will man die Pflanze beschützen? Irgendwie sowas. Das ist so eine Art von Reproduktionsmechanismus, Schutzmechanismus. Die Pflanze ergreift irgendwie vom Verstand Besitz und diejenigen, die da irgendwie unter dem Einfluss stehen, die setzen halt dann alles daran, dass die Pflanze erhalten bleibt und dass sie sich weiter ausbreiten kann. Also letzten Endes eigentlich ein Stück weit, vielleicht sogar eine Schwarmintelligenz. Ja. Na? Ja, muss ja so sein, denn irgendwie die Pflanzen, es ist ja nicht nur eine Pflanze, es sind ja alle im Gewächshaus, die so gepolt sind, deswegen. Ja. Ja, und dann gibt es natürlich die obligatorische Person, die natürlich alles besser weiß und vor allem warnt. Die wunderschöne Bella mit ihrem Hund Bello. Und als der Hund Bello verschwindet, beginnt auch die ganze Geschichte eigentlich. Ja, genau. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Geschichte dann Fahrt aufnimmt, denn das tut sie nicht. Aber zumindest verwandelt sich dann einer nach dem anderen in so einen Zombie. Ja, und das ist im Prinzip der ganze Plot, könnte man sagen. Also wirklich das, ich muss zugeben, also ich habe lange nicht mehr wirklich sowas, wie beschreibe ich das? Das ist so ein bisschen so Überflüssigkeitskino. Ja, ja, das trifft es. Redundante Kunst eigentlich so ein bisschen. Ja. Das hat sowas, man sieht es an, man denkt sich für 10, 15 Sekunden, oh, interessant. Aber warum eigentlich? Vor allem, ich habe wieder, also das ist wohl irgendwie die Kinderkrankheit dieses Jahr beim FFF. Ich weiß es nicht, weil ich es ja nicht beurteilen kann. Also ich war ja noch nie wirklich beim FFF, muss ich ja jetzt hier zugeben. Schande über mich. Aber ich habe irgendwie, bei den Sachen, die ich dieses Jahr bisher gesehen habe, habe ich immer so einen Effekt. Das sind so Filme, die hätten als Kurzfilm funktioniert. Ja, und hier in dem Fall ist es wirklich einfach nur ein überlanger Kurzfilm. Den auf 10 Minuten hättest du alles erzählen können, hättest du danach gesagt, hey, super, guter Kurzfilm, passt, alles toll, 10 Minuten unterhalten. Und jetzt bist du halt bei 100 Minuten und denkst dir, wow, meine Fresse. Ja, vor allem, also als Kurzfilm hättest du das auch wirklich durchaus ganz nett erzählen können, glaube ich. Also auch wahrscheinlich ohne wenig Sprache. Du hättest es theoretisch einfach nur mit einer Botanikerin irgendwie, die da von diesen Pflanzen irgendwie, theoretisch stelle ich mir das vor wie so ein Pixar-Vorfilm oder so, weißt du? Also ich kann wirklich nichts großartig Positives sagen. Also der Film sieht irgendwie so visuell so ganz nett aus, aber das ist halt ästhetische Langeweile. Und man hat auch den Eindruck, dass er irgendwie halt die ganze Zeit um seinen eigenen Plot rum eiert und dann irgendwie aber die ganze Zeit dabei so tut, als ob da irgendwie mehr wäre. Aber da ist nicht mehr. Die Handlung ist einfach wirklich sturzbanal. Das kann man nicht anders sagen. Ja, und vor allem der Plot, die Handlung wiederholt sich ja dann auch immer so im Zehn-Minuten-Takt irgendwie. Ja. Wird mal der eine befallen, dann wird der nächste befallen. Es ist ja nichts anderes im Grunde genommen. Die werden nacheinander befallen, bis keiner mehr üblich bleibt. Ja, ist ja eigentlich so eine Slasher-Dramaturgie, die du zum Beispiel auch in sowas wie Alien hast. Ja, vielleicht haben wir es einfach nicht kapiert. Vielleicht ist das, wenn ich jetzt ein Pilz wäre, beispielsweise. Okay, das nimmt jetzt mehr dazu in unserem Botaniker, nee, in unserem, nee, Botaniker sind nicht Pilze, egal. Landschaftsgärtner-Cast. Vielleicht, vielleicht fände ich diesen Film dann super. So eine kleine Fichte, die findet den Film sicher super. Dann wird sie dann denken, ja, die Menschen, nimm sie alle. Das ist botanisches Slashen. Ja, im Grunde genommen, im Dialog ist der Film super schwach. Oh ja. Und im Bild ist er ganz okay. Aber auch irgendwie flach. Ja. Also die Optik, das ist, als wenn du so ein Flatscreen anschaust irgendwie. Der ist auch sehr steril. Genau, genau. Wobei, es ist jetzt die Frage, sollte das jetzt, wer weiß, wie weit in der Zukunft spielen? Naja, Gott, bitte. Ich glaub's fast nicht. Also, weil ich muss zugeben, so dieses Weiche und so auch die Farben, das hat mich manchmal fast ein bisschen an Hör von Spike Jonze erinnert. So ein bisschen. Ja, weil es ganz viel Pastell drin hat. Genau. Aber, nee, ich glaub, also, wenn in der Zukunft maximal fünf Jahre, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Ich mein, die Wohnungen von ihr, da stehen jetzt keine selbst, sich selbst füllenden Kühlschränke oder irgendwelche Staubsaugerroboter, die Cocktails mischen können. Und deswegen. Ja, ich weiß auch einfach nicht, also, das Problem an dem Film ist halt auch, dass der, wäre jetzt halt irgendwie, wer weiß wie, ironisch oder so. Oder vielleicht, der findet auch sein Genre nicht. Hm. Der findet seine Lücke nicht, weil er ist, er ist keine Komödie. Nee. Er ist kein Drama, er ist kein Science-Fiction-Film, er ist kein, kein, kein Slasher oder was auch immer. Es ist, es ist einfach, das ist so das genre-technische Niemandsland irgendwie. Oder es ist eine Dokumentation und wir haben es einfach nicht verstanden. Ja, also, es sind ja, also, also, was ich mir vielleicht noch rausziehen kann, ist so eine gewisse Kritik mit, von wegen, Gen-Manipulation, ne. Also, wenn man jetzt auch so dran denkt, auch jetzt hier zum Beispiel mit so, rückt ja immer auch weiter in den Fokus, zum Beispiel in der Landwirtschaft, Stichwort Monsanto und so, ne. Aber dafür ist es zu plump. Ja. Dafür ist es zu plump. Es ist wirklich, es ist ultra plump, wirklich, also. Ich hatte ja da irgendwie einen ganz anderen Ansatz nach dem Sehen, dass ich irgendwie dachte, das wäre alles irgendwie eine Metapher für Mutterschaft. Könnte auch sein, ja. Weil ja die Hauptdarstellerin in allen ihren Feldern irgendwie Mutter ist. Ja, durchaus. Sie ist ja durchaus auch ein hohes Tier irgendwie auch in dieser Organisation dann, oder? Was das genau ist, ist irgendwie auch nicht wirklich klar. Das sagt auch niemand. Ich meine, sie sagen dann nur, sie müssen die Pflanze irgendwie für so einen blöden Wettbewerb vorbereiten. Genau. Und was soll das für ein Wettbewerb sein? Die schönste Pflanze der Welt, oder was? Nein, nein, die größte Killerpflanze der Welt. Und am Ende kommt dann die aus der kleinen Horrorladen und singt dann, äh. Ey, was macht eigentlich Rick Moranis? Ja, Rick Moranis hätte diesen Film retten können, also. Wo ist er, wenn man ihn mal braucht? Ja, genau. Oh je. Das Fantasy Filmfest ist doch echt schön. Ja. Also, wir müssen jetzt ganz kurz nur auch drauf eingehen. Dieser Film ist als Centerpiece am Fantasy Filmfest. Sprich, einer der drei von der Jury, schätze ich mal, wichtigsten Filme. Ein Prestigeobjekt, ne? Ja. Ein Prestigeobjekt. Und da muss ich leider sagen, gibt's keine besseren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der auf dem Fantasy Filmfest verloren hat. Ganz ehrlich. Also, irgendwie passt der da auch nicht rein, finde ich. Ja gut, aber für solche Filme gibt's kein Filmfest. Den könntest du dir vielleicht bei der Baumarkteröffnung zeigen und dann ... Nee, nee, Moment, Moment. Nicht Baumarkt, Garten ... Weiß ich nicht. Ja, bevor ich jetzt noch den Namen eines großen Heim ... Mein Gott. Wir mögen sie alle. Freizeitgärtnerfachhandels in den Mund nehme. Ja, was soll man noch sagen, also ... Wertung. Wertung, ja. Eine Wertung kommt jetzt. Irgendwas mit Zahlen. Irgendwas mit Zahlen. Gut, gebe ich ... Warte mal, ich gebe einen Punkt für schauspielerische Leistung der Rothaarigen. Den Namen du jetzt schon wieder vergessen hast. Warte mal, der steht hier auf Emily Beacham. Ich habe am Anfang übrigens gedacht, das wäre die Hauptdarstellerin von Babadook. Mit Perücke. Okay. War sie aber nicht, also ... Ja, so optisch vom Gesicht her gibt es durchaus Parallelen, ne? Und ich würde gerne irgendwo noch einen halben, bisschen einen Punkt irgendwo rausziehen. Bisschen hypnotisch war er. Also man kann ihn zum Einschlafen gut ansehen. Kriegt er 1,7. Ich habe noch nie 1,7 Punkte gegeben für den Film. Die kriegt er. Ja, weißt du was, dann schließe ich mich dann 1,7 an. Oder, ja, 1,1 ... Ja, nee, ich fand nicht besser 1,7. Weil ich bin wirklich ratlos. Also, der ist jetzt nicht ... Es ist nicht so, dass der irgendwie scheiße gemacht ist oder schlecht gespielt oder sonst was. Er ist halt einfach komplett belanglos. Und er ist dadurch auch 70 Minuten zu lang. Ja. Das hören Filme nicht gerne. Nein, das ist ... Gut, Überlänge ist im Moment eh ein großes Problem, so im modernen Kino. Aber da kann man, glaube ich, einen eigenen Cast drüber machen, von daher. Ich würde übrigens gerne das Drehbuch mal lesen. Ja, das wäre durchaus interessant. Wer weiß, vielleicht war das ja auch ursprünglich ein Drei-Stunden-Film. Und das Riesen-Epos, die Pflanzen gehen um die Welt. Und dann ... Deshalb ist Ben Whishaw auch da drin. Ja? Ja, ja, klar. So Global Hopping à la Bond macht er dann. Oh, ja. Und vielleicht ist das ja alles gar nicht Science-Fiction, also gar nicht die Zukunft, sondern das ist die Mega-Vergangenheit. Und Ben Whishaw hat dadurch seine Lust am Duft der Frauen entdeckt. Das Prequel zum Parfüm. Ja, oder zu der Duft der Frauen, eins von beiden. Oh Gott, wunderbar. Gut, bevor wir noch mehr krude Fan-Theorien spinnen, würde ich sagen, kommen wir zum Ende von diesem völlig belanglosen Film, über den wir 20 Minuten balabert haben. Aber vielleicht ist ja dieser Podcast ja auch das Centerpiece des Family ... Ich sag immer Family-Filmfest. Es ist das Fantasy-Filmfest ... Das Fantasy-Filmfest-Specials. Ja. Ja. Dann müssen wir ja eigentlich nur noch sagen, hey, viel Spaß mit den nächsten Podcasts. Ja. Zu mutmaßlich besseren Filmen. Spannenderen. Zumindest. Spannenderen. Ja, das trifft es. Na gut. Tom, war wieder mal schön. Ja. Schön war's. Ja. Haben wir das besser rausgemacht. Kurz und schmerzlos. Wir hören eh bald voneinander. Das will ich hoffen. Macht immer wieder Spaß mit dir. Joa, schließe ich mich an. Gut. Nun gut. Genug Lob gehudelt. Ja. Auf bald. Viel Spaß noch bei der nächsten Kritik. Auf bald. Ciao, ciao. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmbesprechung hier beim Tele-Stammtisch im Rahmen des FFF, des Fantasy-Filmfests, was momentan in deutschen Kinos vonstatten geht. Und wir haben uns heute einen ganz besonderen Kandidaten rausgesucht. Und ob der Name hier Programm ist, werden wir jetzt gemeinsam rausfinden. Und gemeinsam bedeutet das zum einen, ich der Dom hier bin und zum anderen an meiner Seite mehr oder weniger der Patrick. Hi, ich kann mich ja schon mal für die Stimme etwas entschuldigen, aber wenn wir schon von Porno reden, dann passt das ja auch auf einer gewissen Meta-Ebene dann schon, diese heisere Stimme. Ja, genau. Ja, heiser geschrien vom... Ja, der Name ist Programm. Irgendwie schon. Porno aus dem Jahr 2019. Lief bereits auch schon auf dem Münchner Filmfestival am 28. Juni und läuft jetzt seit dem 9. September auf dem Fantasy-Filmfest. Ist ein Film mit einer Laufzeit von 98 Minuten. Und ja, FSK ist jetzt hier nicht angegeben. Ich würde einfach mal... Und es hat gar... Ja, doch. Ich würde einfach mal auf FSK 18 tippen. Mhm. Und es ist das Regie-Debüt von dem Keola Rakela. Genau. Der hat... Nee, nee, ja, Regie-Debüt. Ja gut, stimmt. Der hat vorher nur Kurzfilme gemacht. Und ja. Und das ist wieder dieses Problem mit den Kurzfilm-Regisseuren bei diesem Ding, habe ich das Gefühl. Aber der Reihe nach. Also das zieht sich bei mir bisher beim FFF wie so ein roter Faden durch. Aber da kommen wir gleich zu. Ja, Patrick, du hast die zweifelhafte Ehre, uns zu sagen, worum es in Porno geht. Also es geht um so eine Gruppe bibelgetreuer Teenager, die arbeiten in einem kleinen Kino und denen fällt auf einmal so eine Kinorolle vor die Füße. Die legen diesen Film ein und merken, irgendwas stimmt damit nicht. Und irgendwie scheinen sie mit diesem Film einen Sukkubus hochbeschworen zu haben. Sukkubus, das ist so ein weiblicher, sexsüchtiger Dämon. So ähnlich wie in It Follows, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Oder bei South Park, da gab es auch eine Folge mitten im Sukkubus. Okay. Was sich daran noch erinnert. Okay. Und dieses Video, das erinnerte wirklich an so eine seltsame Kreuzung aus dem Video von The Ring. Ja. Und einem Snuff-Film. Ja, stimmt, stimmt. Also so der Effekt auf jeden Fall hat sehr was von The Ring. Und auch so ein bisschen so Hexenritual mit reingemischt. Ja, natürlich dann auch irgendwie ein bisschen, sind natürlich dann schon irgendwie auch Klischees, die hier bedient werden, ne? Also. Komplett. Also der Film dreht sich hauptsächlich wirklich um diese Jugendlichen und er hat als einzigen Handlungsort eigentlich dieses Kino. Und man merkt sehr schnell, dass das Ganze anscheinend in den 90ern angesiedelt ist, weil, naja, keiner von denen holt mal irgendwie sein Handy raus. Oder es ist überhaupt irgendwie keine Rede vom Internet zum Beispiel. Also, dass man da zum Beispiel irgendwas nachschlagen könnte oder so. Und sie haben halt noch einen schönen analogen Filmprojektor. Und die ganze Handlung wird dann halt dadurch losgetreten. Die sind halt alle in diesem Kino und ihr Chef gibt ihnen, glaube ich, den Abend frei, weil er irgendwie weg ist. Das Kino ist zu und die können sich, einen Film ihrer Wahl, können sie sich auf der großen Leinwand ansehen. Ja. Und dann fallen da mehrere Namen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, das sind auf jeden Fall Filme aus den 90ern. Und nein, sie entscheiden sich für einen Film, den sie in einem geheimen Raum unter dem Kino gefunden haben. Mhm. Und wo du schon auf 90er schon mal angespielt hast, noch so ein Relikt der 90er ist, dass die auf einmal irgendwo ein Buch finden. Ja. Das dann erklärt, womit sie es zu tun haben. Das ist auch so verdammt 90er. Spätestens daran merkst du, dass es halt schon in der Zeit ist, weil die jetzt halt nicht einfach ihr Handy zücken und mal irgendwie Sukobus googeln. Oder vielleicht ein Foto gemacht haben oder irgendwie sowas. Ja. Ich muss sagen, dieses 90er-Flair hat mir tatsächlich gefallen. Das ist nicht zu aufdringlich inszeniert, wie zum Beispiel bei so manchen anderen Kandidaten, auf die ich jetzt nicht eher eingehe. Da ging es halt eher um die 80er, wobei man muss zugeben, hat dich das Ganze nicht auch ein bisschen an S erinnert? Es gab da gewisse Szenen, die kann man wirklich darauf auslegen, wenn man es will. Ja, also so rein psychologisch hat es mich halt insofern daran erinnert, dass dieser Sukobus letzten Endes auch immer unterdrücktes Begehren verkörpert für die. Also so wie es die Angst verkörpert, ist es hier unterdrücktes Begehren. Also ohne jetzt zu viel zu verraten, gibt es halt dann so ein Subplot, das halt irgendwie, also was wir noch anmerken müssen bei der Gruppe, also das sind glaube ich vier Kerle und ein Mädchen. Und ja, da gibt es dann halt so ein Subplot, dass eventuell sie irgendwie an einem von dem interessiert ist und der es halt nicht wirklich peilt. Also es sind schon verschiedene Themen, die hier angerissen werden und auch so halt, ja, so Sachen, die man gesellschaftlich gerne durchaus verstecken würde, gerade zu der Zeit. Also ist da auch so ein bisschen noch, wie es so schön in den Text steht, Aufklärungsfilm, auch noch mit eingearbeitet in diesen Ganzen. Es gibt da auch noch einen, das fand ich so richtig schön klischeehaft, einen, der wird immer nur Metal Jeff genannt. Stimmt, ja, ja. Ja, der dann auch so vom Projektor sitzt und sich einfach nur so richtig schön mit Metal bescheiden lässt. Da habe ich mich dann gefreut, dass es dann auch bei seiner Musik nicht die klischeehaften sind, die Hollywood einfach nur zu kennen scheint, Metallica oder Iron Maiden, sondern mal wirklich was schön Trash-Metaliges. Wobei, man muss sagen, der Film bedient schon Klischees. Also ich fand es zwar, ich fand es zwar gut, dass dann hier, also man kann sich ja denken, dass das Ganze dann natürlich auch irgendwie ein bisschen wieder okkult konnotiert ist. Ich fand es zum Beispiel gut, dass sie tatsächlich umgedrehte Pentagramme hatten. Also es ist natürlich hier auch ein Klischee, aber wenn man schon Klischees benutzt, dann sollte man es richtig machen und nicht wie gefühlt jeder zweite Hollywood-Film, der irgendwas mit dem Teufel am Hut hat, weil da sind Pentagramme ja immer, also nicht nicht umgedreht, sprich, das ist eigentlich nicht der Teufel, sondern, aber gut. Ja, was gibt es noch so zu dem Film zu sagen? Also der fängt tatsächlich sehr stimmungsvoll an, wie ich finde. Die erste Szene ist ziemlich random, da werden wir jetzt aber nicht weiter drauf eingehen. Der Gewaltgrad ist teilweise richtig, richtig heftig und eklig. Ja. Das geht teilweise schon im Snuff-Film über. Ja. Ja, der ist schon, also da, ja, Leute mit einem weniger starken Magen sollten sich den vielleicht nicht angucken. Vor allem der ist, also das letzte Mal, als ich erlebt habe, dass ein Horror-Film oder halt irgendwas Explizites so sehr gerade Männer in Anspruch nehmen dürfte, war bei Hard Candy, wenn den noch jemand kennt. Oh ja. Mit Ellen Page, die dann irgendwie bei einem Typen, der sie aus dem Internet einlädt, dann halt mal ordentlich den Spieß umdreht. Ja, also der Film ist auch durchaus schön, schön gemacht tatsächlich. Also ist auch ordentlich produziert von der Kamera her. Schöner Schnitt an vielen Stellen, auch besonders diese eine Stelle, wo sie halt im Kino sitzen und dann die Kamera immer näher an sie ranfährt und dann halt so über die Sitzreihen fährt im Gegenschnitt. Das fand ich tatsächlich sehr schön. Oder auch wie dieses Video, das sie anschauen, gemacht ist. Das löst auch so eine richtig schöne, unangenehme Stimmung in allen auf. Du bist da wie die Leute im Kino und denkst, was zur Hölle gucke ich da gerade? Ja, es hat tatsächlich wirklich einen ähnlichen Effekt, wie wenn man sich das Ring-Video anguckt. Genau, deswegen habe ich es auch mit dem Ring-Video verglichen. Ja, ist durchaus so, ist ja ähnlich. Also dadurch hat man ja auch letzten Endes dann den Dämon freigesetzt. Ich muss allerdings sagen, dass, also der Film ist über weite Strecken wirklich, wirklich unterhaltsam. Also die Gruppendynamik zwischen denen kommt auch gut rüber. Ich muss allerdings sagen, dass er mich dann im letzten Drittel so ein bisschen verloren hat tatsächlich. Also im letzten Drittel ist es dann wirklich so, dass er dann komplett in den Trash abdriftet. Also da werden die Monster dann richtig volle Kanne rausgelassen. Was vorher nur angedeutet wurde, ist jetzt dann voll in die Fresse und mutiert dann zu so einem richtigen Monster-Trash. Ja, okkulter Monster-Trash. Aber ja, es ist auf die Dauer da ein bisschen drüber gewesen. Wobei es hat mich dann halt auch wieder, es hat mich wieder an S erinnert irgendwie. Ja, und vor allem, es gibt da auch so eine Szene mit einem Projektor, die so ähnlich ist wie bei S Chapter One. Ja, stimmt. Also die Parallelen sind durchaus vorhanden und auch die Gruppendynamik, dass es die Dinge einzeln attackiert. Ja. Und meistens versucht voneinander zu trennen und gar nicht will, dass die großartig miteinander agieren. Und wir haben eben auch durchaus eine ähnliche Gruppendynamik wie in S, weil wir haben halt nur eine Frau dabei. Mhm. Und ja, es funktioniert tatsächlich sehr gut. Ich würde auch sagen, die spielen eigentlich alle relativ solide. Ja. Da ist jetzt nichts Herausragendes bei, aber meine Güte, was müssen die sich da teilweise die Blöße geben. Mhm. Also, wobei das Ironische ist halt, dass sie gar nichts, also sie, sie bleibt da völlig von verschont. Mhm. Weil das Klischee wäre ja normalerweise, also der Film fährt ja auch manchmal, spielt ja schon leicht mit so Porno-Klischees manchmal auch schon, gemäß dem Titel. Aber sie ist tatsächlich völlig züchtig in diesem Film. Mhm. Es wird ja auch einmal angespielt darauf, dass dieser Sukkubus bevorzugt ihr unfreuliche Opfer hat. Ja. Und an sie geht das Vieh ja einmal ran, blitzt einmal dann ab und dann lässt sie in Ruhe. Aber wir wissen doch von solchen Monstern, wenn sie einmal abgeblitzt sind, dass das die eigentlich noch mehr triggern müsste, dass die dann die Herausforderung genießen. Das ist im Prinzip wie so ein ungelöstes Riddler-Rätsel, wo er dann auch denkt, na scheiße, das muss ich jetzt knacken. Aber nö, nix da. Ja, ist halt, ja gut, das fiel mir tatsächlich auch auf, dass ihre Figur dann irgendwie so ein bisschen... Blass bleibt. Ja, nee, blass finde ich die nicht unbedingt. Sie hat halt nicht ganz so viel zu tun wie die anderen, beziehungsweise sie muss nicht ganz so sehr leiden wie andere. Ja. Weil die Kerle müssen wirklich allesamt, werden die wirklich durch die Triebmühle gejagt in diesem Film. Oder durch den Fleischwolf gezerrt, je nachdem. Genau, ja, das kann man jetzt interpretieren, wie man möchte. Ich will das auch nicht zu sehr veranschaulichen, aber es wird unangenehm für Kerle. Sagen wir es so. Der Film ist wirklich, wirklich, wirklich abgefahren heftig an vielen Stellen. Wobei es ist halt wieder dieser schmale Grad dann auch zwischen wirklich Ekel und dann irgendwie Belustigung, weil es halt wirklich so drüber ist. Obwohl es ist auch wirklich gut inszeniert. Also, wie da gewisse Geschlechtsteile inszeniert werden, sag ich jetzt mal wirklich, das wirkt nicht billig. Also generell wirkt der Film nicht billig wie, ja, gewisse andere Beiträge beim FFF. Ja, und ich musste auch so lachen als Metal-Chef, da während dieser Film da in den Saal kommt und dann sieht er auf einmal so einen Penis und dann geht er so direkt abgefuckt raus. Okay, I'm out. Das fand ich einfach nur so geil. So eine richtige Großaufnahme auch noch, ne? Ja, ja, ja. Und der Film spielt ja auch durchaus dann hin und wieder auch mal mit Erwartungen, die ja dann auch richtig krass bricht, ne? Ja, das, ja. Wir wollen jetzt auch, glaube ich, gar nicht so viel drüber verraten. Naja, aber das ist definitiv einer der lustigeren, ungewöhnlicheren Filme des Fantasy-Filmfests. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, den zu sehen, gönnt euch den. Von mir aus auch in der begeselligen Runde. Ihr werdet auf eure Kosten kommen, ihr werdet Spaß haben und euch auch ein bisschen ekeln. Ja, der ist eigentlich so ein, also für Genre-Fans dürfte der ein Rundumpaket sein, der Film. Oh ja. Wobei ich halt finde, was mich noch ein bisschen stört, dass man halt, weil, das muss ich zugeben, diese Prämisse, dass es halt irgendwie sehr, also Jugendliche aus einer sehr christlich geprägten Gemeinde sind. Ich finde, da hätte man mehr draus machen können. Ja. Weil das hatte mich eigentlich angelockt, halt dieser, dieser Bruch, dass die halt irgendwie sehr, sehr konservativ sind oder aus einem konservativen Elternhaus vielleicht auch stammen, dass die dann halt mit so, so krassen Snuff und Pornografie konfrontiert werden. Da hätte man, da hätte man mehr rausholen können, da wäre mehr Potenzial gewesen. Also, das spielt zwar schon manchmal eine Rolle, aber zu sehr eine Untergeordnete und für das dann auch in der Beschreibung bei FFF halt doch schon drinsteht. Wie gesagt, die Idee dahinter hat mich halt angelockt und daraus haben sie eigentlich nicht so viel gemacht. Das ist aber nach hinten raus gar nicht mal unbedingt schlimm. Also, da wäre noch mehr drin gewesen und ja, der Film ist auch zu lang. Da ist halt wieder dieses alte Problem, wir haben einen Kurzfilmer, der halt plötzlich einen Spielfilm macht, ne? Ja, aber trotzdem, das fand ich dann kurzweiliger als einen anderen Film, den wir besprochen haben. Ja, gut. Wo du dieses Zerhackstücke-Hitte dann wirklich drastischer gemerkt hast. Bei mir ist der Film bis auf kleinere Längen dann doch recht gut durchgelaufen. Bei mir insgesamt auch, ja, zum Ende hin fand ich es, zog es sich halt ein bisschen. Aber das ist jetzt nicht, wer weiß wie schlimm. Deshalb, ja, ich weiß nicht, hast du noch was zum Film? Ich würde jetzt sagen, wenn wir noch mehr drüber reden, spoilern wir eventuell noch ein bisschen zu viel. Ja. Deswegen würde ich sagen, ne, wir haben es eigentlich ganz gut umrissen. Auch wenn sie da viel mit Klischees gespielt haben und auch wenn das den Charakteren oft nicht viel abverlangt, ist das doch ziemlich solide und ziemlich spaßig gemacht, würde ich sagen. Ja, also für Genre-Fans ist das auf jeden Fall ein kleines, ja, wer weiß, also vielleicht könnte er sich so in ein paar Jahren, könnte er so als kleine, aber feine Perle gelten, ne? Ja, ich sehe den auch als Geheimtipp von den diesjährigen Fantasy-Filmfests an. Ja, in Sachen Horror auf jeden Fall. Mhm. Vor allem war das auch diesmal wirklich sowas, wo das Element Fantasy beim Fantasy-Filmfest dieses Jahr dabei war. Das hat dieses Jahr so ein bisschen gefehlt bei den Beiträgen, die ich gesehen habe. Ja, bei meinen bisher auch tatsächlich und ich habe jetzt auch schon einiges gesehen. Ich auch. Aber gut, ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Mhm. Und wir vergeben einfach mal die Wertung in Sukubussen 1 bis 5. Mhm. Was gibst du? Ich gebe drei Punkte, es macht Spaß, es ist solide, es ist halt kein großer oder bewegender Klassiker, aber damit macht man nichts falsch, wenn man sich den anguckt. Und Mehrzahl von Sukubus ist Sukubi, wenn ich mich dich täusche. Ach so, okay, Sukubi, alles klar. Ja, da kann ich mich relativ anschließen. Ich schwank tatsächlich so zwischen 3 und 3,5. War auch so mein. Ja, aber so ein gewisses Quäntchen hat noch gefehlt. Also hätte ich jetzt eine 1 bis 10 Skala, so wie bei Movie Break, dann wäre es eine 6,5 tatsächlich. Ich würde sagen, hätte man wirklich noch dieses Religiöse ein bisschen mehr eingebaut. Dann wäre der wirklich gut, ja. Mhm. Dann hätte man auch eine 3,5 geben können, weil dann hätte es wirklich diese Gag-Dichte komplett ausgespielt. Ja, richtig. Und auch die Themenvielfalt nochmal ein bisschen erweitert. Genau. Aber ist trotzdem, also schaut ihn euch an. Also wenn euch das jetzt wirklich anspricht, schaut ihn euch an. Es ist kein, ja, ja gut, ein Snuff-Porno ist Teil des Films, aber ja, gut, steht auch im Vordergrund. Aber, also der Titel ist auch eine kleine Verarsche, denke ich mal. Mhm. Oder eine Provokation auf jeden Fall. Gut, dann wären wir soweit durch, Patrick. Jo. Du kannst doch ein bisschen dreiste Eigenwerbung machen und dann verabschieden wir uns. Also, wie der Kollege Dom bin ich Teil von dem Tele-Stammtisch und von einem gewissen Spin-Off der Angry Film Fans. Und dann war ich die Woche auch noch bei den Comic-Cookies zu hören, wo ich jetzt wahrscheinlich wieder um die Jahreszeit vielleicht wieder ein bisschen verstärkt zu hören bin. Also ein paar Besprechungen sind da schon noch abgedreht. Wir wissen nur noch nicht genau, wann die denn kommen. Und eventuell wird demnächst noch ein Joker-Cast von den Angry-Film-Fans kommen. Ja, genau. Aber, ja, da ist ja noch ein Weilchen hin. Genau. Ja, bei mir in aller Kürze. Ich bin, also wenn man gern noch mehr von mir lesen oder hören möchte, ich bin zu finden im Internet hauptsächlich unter domkarnage, ob nun auf Twitter, auf Letterboxd oder eben bei moviebreak.de, wo ich auch jetzt neuerdings Kritiken schreibe, News schreibe etc. und auch Teil des Podcasts bin. Da könnt ihr auch als Horror-Fans gerne mal reinhören. Da haben wir zuletzt einen Hate-Cast aufgenommen zum ersten Teil der Neuverfilmung von Stephen Kings S. Patrick, ich danke dir recht herzlich. Ja, klar. Wir singen jetzt nicht Du bist so Porno zum Abschluss, sondern sagen einfach Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Hallo, liebe Filmfreunde und liebe Tele-Stammtisch-Hörer. Hier ist Thilo, der alte Schwede aus München und ja, ich habe ja schon ein bisschen was für das Fantasy-Filmfest in diesem Jahr gemacht. Ein Interview mit dem Veranstalter Rainer Stephan zum Beispiel, was ihr beim Tele-Stammtisch anhören könnt. Das Fantasy-Filmfest in München ist inzwischen vorbei. In manchen Städten läuft es noch ein bisschen, aber ich war da wieder sehr fleißig. Ich habe fleißig Filme geschaut mit meiner Dauerkarte und kann euch da ein bisschen was von erzählen. Und das will ich aber nicht alleine machen, denn glücklicherweise habe ich noch den Onno bei mir, der ein bisschen mit mir über das Fantasy-Filmfest 2019 plaudern will. Hallo, Onno. Moin, auch hier aus der Nähe von München. Genau, ich war auch auf dem Münchner Fantasy-Filmfest, habe nicht ganz so viele Filme gesehen, aber kann auch ein bisschen was dazu beitragen. Ist ja auch nicht so einfach. Ich bin ja auch schon so ein bisschen freaky, sage ich mal. Ich habe seit vielen Jahren immer eine Dauerkarte zum Fantasy-Filmfest und da zeigen sie ja so um die 50 Filme ungefähr. Und ich habe es dieses Jahr tatsächlich geschafft, 40 Filme anzuschauen von diesen. 51, glaube ich, wären es, die möglich gewesen wären. Respekt, also wie schaffst du das? Machst du extra Urlaub oder? Ich habe mir tatsächlich Urlaub genommen dieses Jahr. Ich habe es letztes Jahr versucht ohne zu machen. Das hat dann überhaupt nicht geklappt, weil ich da wieder Schichten tauschen musste und dann konnte ich ein paar Tage überhaupt nichts gucken. Und diesmal habe ich gesagt, jetzt nehme ich mir wieder Urlaub und dann hast du deine Ruhe. Und das ist, ja, da muss man eine Menge Sitzfleisch mitbringen. Da muss man auch schauen, wie man sich ernährt den ganzen Tag, weil man zwischen den Filmen auch kaum zum Essen kommt. Es ist immer eine logistische Herausforderung, sage ich mal. Und wenn es mal vorbei ist, dann ist man auch fast ein bisschen froh. Allerdings so ein paar Tage später denkt man schon wieder, ah, hoffentlich fängt das nächste schon wieder an. Eben, weil es ging ja immer so um zwei, drei los, ne? Ja, so durchschnittlich um drei Uhr waren immer so die ersten Filme, außer so an den Wochenendtagen am ersten Sonntag sind es um zwölf los und am Abschlusstag auch nochmal um zwölf. Da gab es dann sechs Filme am Tag, sonst sind es durchschnittlich immer so fünf Filme pro Tag. Ja, krass, also riesen Respekt. Also ich habe ja nur einmal einen Abend zwei Filme hintereinander gesehen und hatte da schon mit meinen Hintern ordentlich Probleme beim zweiten Film. Weil man muss ja auch sagen, also das Fantasy Filmfest in München ist ja jetzt wieder im Cinema. Zum Glück, ja. Genau. Und es hat ja nicht die allerbequemsten Sitze, würde ich jetzt mal sagen. Das ist leider wahr und es ist leider auch, obwohl ich, ich liebe das Cinema wirklich, es ist ein tolles Kino mit Kultcharakter und Geschichte, aber es ist leider eins der Kinos in München, bei dem man am schlechtesten sieht, vor allem wenn man nicht der Größte ist, so wie ich. Ja, das stimmt. Also da, das ist ja schon fast auch wie im Royal, da gibt es auch diesen einen großen Saal, wo, also man muss dazu sagen, also alle Sitze sind ebenerdig. Also genau, die sind nicht gestaffelt, also aufstufend oder so, wie man es nennen mag, wie es ja in den neuen Multiplex-Kinos so ist, sodass wirklich jeder was sieht, sondern die sind wirklich fast auf gleicher Höhe und wenn da einer sich mit dem Afro vor dich hinsetzt, da hast du schlechte Karten. Genau, oder mit einer Cap und die nicht runter macht. Ja, das lieben wir auch alle total. Also ich hatte auch vor mir mal einen, der hat sich immer schön nach vorne gebeugt, gestreckt. Boah, das sind mir die Liebsten, die da vorne beugt, boah, der König. Und vor allem, das Problem ist ja, liebe Zuhörer, vielleicht wisst ihr es ja nicht, aber beim Fantasy-Filmfest, da laufen ja die Filme alle in Original-Version und es sind natürlich viele englischsprachige Filme dabei, falls die aber nicht auf Englisch sind, gibt es dann englische Untertitel. Und wenn man dann so einen schönen japanischen Grüselfilm hat von 130 Minuten, dann möchte man die Untertitel natürlich gerne lesen. Und wenn sich dann so schön vorbeugt, dann ist das immer ein Problem. Genau, das hatte ich auch bei einem südkoreanischen Film eben, genau da hatte ich das. Da können wir gleich fragen, was für ein Film war denn das? Du hast ja auch ein paar Filme gesehen, nicht ganz so viel wie ich, aber ein paar hast ja auch geschaut. Nur ein Bruchteil, also bei mir ist ja auch so Familie, Job und sowas, was da alles mit reinspielt, also zeitliche Herausforderung. Aber den Film, den war The Gangster, The Cop, The Devil. Ich hoffe, ich habe jetzt die Reihenfolge richtig von den Titeln, genau. The Gangster, The Cop, The Devil, genau, so heißt der. Wie hat der dir gefallen? Ich fand den gut. Also ich bin aktuell sowieso ein Fan des südkoreanischen Kinos. Also dieses Jahr kamen da ja richtige Highlights raus, wie gesagt, so kommen noch mit Parasite, den ich ja schon sehen durfte. Ja, natürlich. Der kommt ja im nächsten Monat. Auch Burning, den fand ich richtig klasse. Und jetzt eben The Gangster, The Cop, The Devil, der auch in Cannes lief und wieder mal zeigt, dass die Südkoreaner Thriller einfach drauf haben. Die sind ja mittlerweile wirklich so das florierende asiatische Land, was Filme betrifft. Die hauen ja einen nach dem anderen raus, wo früher eher so die Japaner mehr so die Platzhirsche waren. Dann natürlich Hongkong, die Hongkong-Movies. Aber die Südkoreaner, die sind kinotechnisch plötzlich eine Großmacht geworden. Das muss man echt sagen. Ja, seit zehn Jahren. Aber die hauen ja richtige Bretter halt auch raus. Ja, stimmt, ist schon ein paar Jahre so. Aber wirklich, das ist ja, was die da Qualitätsware raushauen für Genre-Liebhaber sogar, das ist schon beeindruckend. Und The Gangster, The Cop, The Devil basiert ja auch auf einer wahren Begebenheit, beziehungsweise inspiriert nach Tatsachen. Und es ist eine schöne Grundidee, finde ich, bei dem Film. Es geht da um einen Serienkiller, der wahllos Leute umbringt und sich dann an das falsche Opfer mal wendet. Und das ist nämlich so ein fieser Gangsterboss, so ein richtig taffer Typ. Und den schafft er nicht umzubringen und der überlebt. Und der rauft sich dann quasi mit einem Cop zusammen, der auch diesen Serienkiller fassen will. Und obwohl sie Spinnefeind sind, ziehen sie halt am selben Strang, um diesen Killer zu finden. Das ist eine schöne Ausgangssituation, finde ich. Ja, absolut. Und der Gangsterboss, wo ich jetzt den Namen leider nicht ad hoc weiß, ist für mich so das klare Highlight des Films. Also schauspielerisch und von der Zeichnung der Figur her echt überragend und somit die witzigsten und tollsten Szenen im Film, finde ich. Da hast du völlig recht, das sehe ich auch so. Also der Mann, der diesen Gangsterboss verkörpert, der trägt diesen Film im Grunde. Also er ist so, ja, da das Alphatier. Jetzt würde ich auch gerne mal schauen, wie hieß denn der? Weil ich habe nämlich gedacht, woher kenne ich den? Woher kenne ich den? Train to Busan, glaube ich. Genau, bei Train to Busan spielt er diesen Mann von der schwangeren Frau, der durchaus ein Sympathieträger ist, aber auch mal richtig zulangen kann. Und ja, der hat eine unglaubliche Wucht und Präsenz in dem Film. Und allein deshalb lohnt es sich, den Film anzuschauen, finde ich. Ja, also auch die Einführungssequenz von Ihnen ist schon fast kultig. Auf jeden Fall. Also ich sage nur Boxsack. Wobei die Idee, muss ich leider sagen, geklaut war. Und zwar, weißt du woher? Nein. Aus einem James-Bond-Film, aus Die Another Day. Da geht es ja auch um mit Koreanern. Und da ist auch der koreanische Bösewicht. Und der macht genau dieselbe Kiste mit einem, ja, Abtrünigen. Ich will jetzt auch gar nicht spoilern, was er macht. Ich sage nur Samstag. Okay, ich habe ja eigentlich alle Bonds gesehen, aber kann mich jetzt gerade nicht dran erinnern. Ja, da ist tatsächlich fast genau dieselbe Idee verbraten, außer dass der bei The Cop, The Gangster and The Devil nur boxt. Und bei dem Bond, da haut er auch richtig mit Füßen noch, also so Taekwondo-mäßig drauf. Okay. Ich habe übrigens den Namen herausgefunden. Dong Siok Ma. Siehst du, ich wollte es jetzt auch irgendwie rausholen und habe jetzt, warst du schneller. Okay, naja. Aber also beeindruckend an Ihnen ist es halt, dass er diese enorme Füße hat. Also er ist ein wuchtiger Kerl, der auch ein rigoroses Auftreten hat. Also Boxsack sei gesagt. Oder auch nur Zahnbehandlung oder Thema Zähne. Ja, auch das. Er rutscht und versucht halt, das Beste draus zu machen. Aber so tief im Kern drin ist er eigentlich ein okayer Typ. Genau. Der mit Ehre und also mit Herz einfach ist. Oder eigentlich eine richtig harte Sau ist. So ist er nicht. Genau, so eine Art Anti-Held, was man einfach so kennt, der einfach böse Sachen macht, aber eigentlich doch ein guter Kerl ist. Richtig. Oder böse Sachen mit bösen Jungs macht. Genau, und das ist ja dann wieder okay, finde ich. Und es sei noch gesagt, die Spannung in diesem Film besteht auch noch daraus, der Cop möchte halt den Serienkiller dingfest machen und einsperren, während natürlich der Gangster-Boss ... ... den natürlich fies erst tot foltern will und dann durch die Preispolge gehen. Genau. Genau, das gleiche Ziel, aber verschiedene Interessen. Ja, das stimmt. Also absolute Empfehlung, wenn man so Asia-Kost mag und kein Problem hat mit koreanischen Filmen, ist das einer der absolut besten Filme aus dem Land in letzter Zeit. Und man darf aber natürlich nicht zimperlich sein, da geht es schon zur Sache in dem Film. Genau, ich meine das Einzige, was man ihm vielleicht noch vorwerfen kann, sind ein paar Pacing-Probleme. Also er hat schon hier und da ein paar Längen. Das ist ja leider normal bei den Asiaten. Genau. Jeder Asiafilm, den ich sehe, also was heißt jeder, also gefühlt 95 Prozent, denke ich mir nachher, den hätte man auch um eine halbe Stunde straffen können. Aber mein Gott, das ist halt so. Ja, aber ich meine, sie erklären ihre Figuren ein bisschen detaillierter und wirkeln da und hier rum und ja. Also mir hat der echt gut gefallen. Also klare Empfehlung. Ja, auf jeden Fall. Er war für mich auch einer der besseren oder besten Filme dieses Fantasy Film Fests. Genau und danach kam ja gleich einer der meist erwartesten Filme, ne? Also in München. Achso, er hat jetzt im Programm, er hat Three from Hell. Genau. Der neue Rob Zombie Film. Genau. Jetzt bin ich gespannt, was sagst du? Ja, also es ist jetzt der Abschluss, also der vorläufige Abschluss der Trilogie, ne? Also um die Firefly Family. Genau, die ersten beiden Filme, House of Thousand Corpses, glaube ich, hieß der. Genau und dann sind Devils Rejects. Devils Rejects, der auch auf dem Fantasy Film Fests. Ach, der andere, der erste ja auch. Also alle drei Teile liefen auf dem Fantasy Film Fests. Genau, also von mir erstmal vorangebracht hier, den ersten mochte ich. Wobei es auch schon wieder, ja, 15 Jahre her ist, wo ich den gesehen habe oder so, keine Ahnung. Das ist schon so lange her. Ich weiß es nicht, wenn er kam, so Mitte der Tausender. Ja, ich habe den sogar gar nicht gesehen, den ersten Teil muss ich zu meiner Schande gestellt. Echt? Ne. Okay, also ich hatte den damals in der Videothek direkt gekauft, auf DVD, reingeschmissen und habe in Erinnerung, dass ich den eigentlich ganz gut fand und hatte mir dann letztes Jahr erst den zweiten Teil angeschaut, der eigentlich nur zwei, drei Jahre nach dem ersten rauskam. Ähm, und der hat halt eine komplett andere Tonalität, arbeitet mit den gleichen Figuren, aber hat eine andere Tonalität, ist eher so ein Roadmovie, wo die Familie dann durchs Land zieht, flüchtet und einfach wahllos Leute umbringt und vergewaltigt. Ähm, und das hatte mir nicht so gefallen, also war ich kein riesen Fan von, von dem zweiten Teil und, äh, diese Richtung geht jetzt auch Three from Hell, finde ich, also, ähm, klar, er hat noch, äh, es spricht viele andere Genres an, also es ist ein richtiger Genre-Mix, finde ich, der ganz viele Versatzstücke da verwendet, ähm, tonal an The Devil's Rejects anschließt, aber irgendwie kein kohärentes Ganzes. Schafft, finde ich, also, so als ganzer Film ist der irgendwie, ja. Okay. Aber, aber, es ist halt Rob Zombie und, ähm, Rob Zombie ist ja so, äh, ein Regisseur, der gerade sehr spaltet, also es gibt, äh, viele Fans, die da auch über die Schwächen hinwegsehen, äh, von seinen Filmen bezüglich Figurenzeichnung und Darstellung und Inhalt, also Handlung, äh, da schreibt er auch, glaube ich, die Drehbücher alle selber. Mhm. Äh, oder auch. Seine Frau immer als Darstellerin. Genau, seine, die er jetzt noch mehr inszeniert hat. Mhm. Und, ähm, jetzt hat er sich ja bezüglich Zeitlupen und schnelle Schnitte komplett ausgetobt, das heißt, wenn er seine Figuren zeigt in Three from Hell, sei es jetzt seine Frau oder halt auch dann die anderen beiden des, äh, höllischen Trios, Er packt da sehr häufig die Zeitlupe aus, was ich dann irgendwann echt ermüdend fand und wenn es dann mal zur Sache geht, dann erkennt man kaum was, weil es halt echt gut zerschnibbelt wird, ne? Also mit hektischen Schnitten, Wackelkamera, etc. Also das fand ich halt auch etwas störend. Und dafür, dass er früher immer schon auf, auf, äh, äh, aufs Gaspetal getreten hat und immer schön schocken wollte mit krassen Szenen, das hat er jetzt, das finde ich jetzt nicht geschafft. Mhm, ich fand den irgendwie auch zu generisch, weil, ähm, irgendwie war alles sehr vorhersehbar, ähm, und, also ich fand Devil's Rejects wirklich gut, der hat mir gut gefallen, aber das lag auch ein bisschen daran, auch an dieser Rolle dieses, äh, Cops, der die verfolgt und dann ja auch so die Grenzen überschreitet und die foltert, weil er mal ihre eigene Medizin schmecken lassen will. Und, ähm, also ich, ich, was ich nicht so verstehe, ist, dass die, diese Familie, wo man immer sagen muss, es gibt ja jetzt einen neuen in, in der Sippe, weil der, äh, Captain Spaulding ja nicht mehr mitmacht, Sid Haig ist halt eben schon sehr alt und anscheinend war... Und mittlerweile auch nicht mehr sehr alt. Ist er schon tot? Ja, der ist vorgestern, glaub ich, geworden. Ah, stimmt, da war doch was. Okay, naja, gut. Ähm, und, ähm, dann ist jemand in seine Fußstapfen getreten. Und der, äh, mit den beiden, äh, anderen Fireflies dann, äh, durch die Gegend fährt und mordet und foltert und keine Ahnung was. Ähm, was mich gestört hat, ist, dass die jetzt zu so, ja, zu so, äh, Helden stilisiert wurden. Also erst mal finde ich's schon ein bisschen grenzwertig, dass man Leute, die eben durch die Gegend fahren, Leute kidnap, vergewaltigen, foltern, töten, äh, dass man die so geil findet und dann so als, äh, Role Models darstellt. Was ja im ersten, äh, im zweiten Teil, finde ich, jetzt noch, äh, wie gesagt, so ein bisschen ambivalenter dargestellt wurde. Aber bei dem Three from Hell, da waren das einfach nur die vollen Helden, ja? Für die man geroutet hat, so, ja, geil, ja, am Schluss, da kommen dann diese mexikanischen Gangster und, ja, die machen sich auch alle platt und, ja, ja, geil und so. Und dann haben sie natürlich alle überlebt und dann könnte es noch eine Vorsetzung geben. Und das hat mich so ein bisschen gestört, weil das war, das hat so überhaupt nicht gepasst. Also nach dem zweiten Teil vor allem, wo das alles noch nicht so ganz, äh, ja, ich sag mal, platt dargestellt wurde. Ja, aber der zweite Teil endet ja auch damit, dass sie sterben. Genau. Also diesen Kugelhagel. Und daher sei gesagt, jetzt bei dem dritten Teil, ähm, der Anfang ist ja aufgebaut wie so eine Mockumentary. Also, das hat mir gefallen allerdings. Genau, genau. Das war so Tarantino-like so ein bisschen. Genau, genau. Also man hat halt so, äh, in Form von gefakten Dokus, Interviewszenen. So alles so 80er-mäßig, 70er-mäßig mit VHS-Qualität und so. Also, das war richtig cool. Genau, und da hat man versucht, diese Jahre, die dazwischen, äh, zwischen den Teilen sind, zu erklären, was passiert ist und wie sie überlebt haben. Genau, aber in dem Zuge werden sie ja auch schon zu, äh, Stars sterilisiert, äh, durch Interviewaufnahmen von Fans, etc. Also es hat so ein bisschen, ähm... Das war so Natural Born Killers mäßig, ne? Natural Born Killers musste ich auch tränken. Und hier, äh, Ted Bundy-Vibe hat's natürlich auch so, ne? Ja, sicher, sicher. Wie gesagt, das fand ich ja auch cool, weil da konntest du es auch nachvollziehen, dass da manche Verstrahlte sagen, ja, die sind doch cool und so. Aber am Schluss wurde das so ein generischer, ich find nicht mal gut gemachter Action-Flick mit schlechten CGI-Effekten und so teilweise. Ähm, wurde einfach da, ja, das sind halt die Geilen, das sind die Helden, obwohl das einfach total böse Charaktere sind. Und ich find es eigentlich so ein bisschen grenzwertig, dass man die dann so als die darstellt, äh, für die man im Film, äh, routen soll. Also weiß nicht, wie ist die ring? Ja, also ich hatte auch wirklich keinen, äh, keine Figur in dem Film, mit der ich jetzt, äh, connecten soll. Also mit der ich mitgelitten, mitgefiebert oder sonst irgendwas hab. Richtig. Also weder eben mit dem Trio, weil sind die halt arschgeil. Ja. Genau. Ja, vielleicht mit Kultcharakter oder sonst irgendwas, aber halt echt nicht cool. Und die Opfer waren halt auch so, wo du denkst so, ja, pfff. Ja. Also, weil der Film, find ich, relativ ziellos dahin, äh, vegetiert und von Genre zu Genre hüpft. Also man hat den Anfang so als Mockumentary, dann hat man so ein Teil so fast schon Knastdrama-Thriller-mäßig. Dann hast du so Home-Invasion-Elemente, dann leichte Roadtrip-Elemente und, ähm. Das war so ein Mix im Kruder. Ja, genau. Und der wandelt da immer hin und her und, ähm, recht, recht ziellos. Ja, gut, dann hat er dann so sein, im letzten Drittel oder Viertel, äh, so sein, so das Ende dann mit dem mexikanischen Gang, wo er dann so, ja, mehr in die Action-Schiene geht. Und, ja, als Ganzes funktioniert's für mich halt echt nicht. Und, äh, inszenatorisch find ich das halt auch echt Banane. Ich sag mal auch, äh, also Captain Spaulding hatte halt noch so, auch so dieses Augenzwinkern, ja. Ja, das hat, der hat ja noch diesen Charme des total durchgeknallten, irgendwie so ein bisschen so, äh, Freddy Krüger auch und so. Aber jetzt zum Beispiel auch die, äh, Baby Firefly, gespielt von eben Sherry Moon Zombie, die hat auch unglaublich fies geoveracted, was einem immer tierisch auf die Klötze ging. Ja, genau, also dieser Wahnsinn, äh, der durch den Spaulding verloren gegangen ist und durch diesen, wie hat er sich genannt, Midnight Wolf-Man? Ja, äh, genau. Genau, äh, aufgefangen werden sollte, was er nicht geschafft hat, hat er dann versucht, sie, äh, also diese Lücke zu füllen und, äh. Und das ist einfach too much. Genau, also sie wird mehr in den Vordergrund gerückt, äh, haut da auf die Kacke ohne, und es stört dann und nervt dann einfach irgendwann nur noch. Ja, ich war wirklich genervt von dir irgendwann. Ja, genau, also bei mir auch, ja. Und dann halt diese ewigen Zeitlupen. Ja. Ich konnte es nicht mehr sehen. Na schön, jetzt haben wir den Film auch zerpflückt. Genau, also ich würde mal sagen, da sind wir auf einen Nenner, dass wir sagen, war jetzt nicht das Highlight. Nee, also für mich nicht, ähm, den kann man gut weggucken, so als Popcorn-Exploitation-Film. Aber ich finde, ähm, ja, hat man mehr erwartet, auf jeden Fall. Ja. Na schön, na schön, gut, ähm, was hast du noch gesehen eigentlich? Ähm, also ich konnte vorab, äh, außerhalb, äh, das Fantasy-Filmfest schon den, äh, Ready or Not anschauen. Mhm, der läuft ja auch, äh, regulär an in den Kino. Genau, der kommt ja noch regulär ins Kino, oder nächste Woche, oder ist er jetzt schon gestartet, das weiß ich nicht. Äh, ja, also zeitnah, also irgendwie dämlich. Ich hab neulich den, äh, der Trailer auch schon gesehen. Genau, und ich hab mich nach dem Abspann echt geärgert, dass ich den nicht auf einem Fantasy-Filmfest sehe, weil ich denke mal, ich weiß jetzt, du wirst im Saar gewesen sein, aber das ist halt echt ein Film, bei dem das Publikum richtig schön abgehen kann, denke ich mir. Ja, das ist so ein bisschen so ein Genre-Party-Film. Genau, also gerade das Ende, glaube ich, da kann man klatschen. Genau, und ich hab gerade das Ende, da kann man richtig schön feiern, finde ich. Ja, nee, also in der Hinsicht, ähm, ich fand, es war für mich auch eins der Highlights des Fantasy-Filmfests, der war richtig schön gemacht, der war originell, der war blutig, der war witzig. Ich sag jetzt, es ist jetzt kein Meilenstein des Genres, aber der hat einfach gut unterhalten und der hat einfach Spaß gemacht. Mehr will ich ja gar nicht. Genau, also der hat ja nicht lange Vorbereitungszeit, da geht's gleich, äh, zur Sache. Und vielleicht noch, soll man vielleicht noch erklären, um was es in dem Film überhaupt geht? Geben wir mal ganz kurz eine Inhaltsangabe. Genau, ähm, also es geht darum, dass eine, äh, ich sag jetzt mal, bürgerliche, normale Frau in eine reiche, äh, Familie einheiratet. Und, äh, da ist es Brauch, dass bei jedem neuen Familienmitglied, äh, zur Mitternacht ein Spiel gespielt wird und, ähm. Genau, und die Familie ist reich geworden durch, äh, Spieler, weil die Spiele hergestellt haben. Genau, genau, durch Spieleherstellung, genau, also, äh, über mehrere Generationen hinweg schon, haben riesen Anwesen und, ähm, die, äh, das Spiel wird per Zufallsprinzip ausgewählt. Und es gibt halt ein Spiel, was halt dann doch etwas ernster ist und zwar das gute Versteckenspiel, ähm, wobei es aber darum geht, dass die Familie den neuen, äh, Familienankömmling, äh, versucht zu ermorden bis zum Morgengrauen. Ja, ich glaube, ohne viel zu spoilern, kann man das sagen, weil das im Trailer ja im Grunde auch ein bisschen rauskommt. Genau, genau. Ja, dann kämpft sie um ihr Überleben quasi, gegen die Sippe. Genau. Und, äh, dazu muss man sagen, die, ähm, Darst, verdammt, jetzt muss ich aber wieder schauen, wie die Darstellerin heißt. Äh, Gott, oh, Gott. Es sind halt nicht die ganz bekannten Namen, gell, die eigentlich so geläufig sind. Aber das eine war nämlich tatsächlich ein interessanter Fact, dass diese, äh, Frau, also die Heldin quasi, die, da, ready or not, äh, Samara Weaving, genau. Mhm. Und wenn man bei dem Namen Weaving ein bisschen aufhorcht, das ist die Nichte vom Hugo Weaving, der quasi, ähm, Agent Smith von, äh, Matrix und dieser Elfenkönig von Herr der Ringe, dieser Australier. War's Elrond, oder? Elrond heißt er, genau. Der einzige Mensch, der in allen drei Matrixen, in allen drei Herr der Ringe-Filmen mitgespielt hat, also das muss man auch erstmal schaffen. Ähm, okay. Und dabei, glaub ich, mag er gar keinen, ich glaub, er mag gar keinen Blockbuster. Ja, aber dafür hat er's geschafft, in vielen mitzuspielen. Genau. Und so viel, und man merkt, es ist auch ein Film, wo man gleich von Anfang an das Final Girl direkt, äh. Richtig. Aber ich muss sagen, auch, ähm, einfach mal so gesagt, die Nichte von Hugo Weaving ist absolut ein Hingucker, muss ich mal so sagen. Ja, und, äh, sie schultert den Film ziemlich locker. Richtig, und sie macht es gut und, äh. Viel Spaß. Nicht peinlich und, äh, spielt es Tough Girl ganz gut und, äh, macht eine ordentliche, äh, ordentliche Show einfach. Ja. Und, äh, und, äh, der Film, ähm, ja genau, wie wir schon gesagt haben, macht einfach Spaß, er sieht gut aus, find ich auch. Also von, äh, von der Atmosphäre. Ich find das Set-Design toll. Genau, das Set-Design, Atmosphäre und alles. Auch diese Platte, was die da aufgelegt haben, dieses Ready or Not, was da gespielt wird, fand ich so großartig mit dem schönen alten Grammophon da und so. Also, das war, war sehr, sehr schön einfach. Auch diese ganzen, äh, Spiele, Schachteln von diesen Spielen, was die rausgebracht haben, das war alles so unglaublich schön retro gemacht und, ähm, ja, also es war teilweise echt ein Augenschmaus, find ich. Ja, und auch die Tötungsfahrzeuge, ne, also hier die Waffen. Ich sag nur, die Patrone. Ja, oder Armbrust. Leider nicht zum Einsatz kam, aber, naja. Ähm, ja, es ist einfach ein, ein schöner Genre-Film, den man, äh, ich glaub, den muss man jetzt nicht unbedingt im Kino sehen, aber für so einen schönen DVD-Abend mit Popcorn und Freunden ist der absolut, äh, wie gemacht. Eben, oder auf dem Fantasy-Filmfest, find ich, ist es aber wieder doch ein Film fürs Kino, weil ich glaub, wenn die Meute richtig abgeht, hat man richtig Spaß mit dem Film. Genau, ja, also, wie gesagt, der war absolut, ähm, wie fürs Fantasy-Filmfest gemacht, kann man so sagen. Genau. Also auch, da sind wir auch wieder einer Meinung. Ja, seh ich auch so. Genau, und dann, ähm, wollen wir vielleicht noch über den Eröffnungsfilm, äh, reden? The Lodge. Mhm. Von dem, äh, also ich, das, äh, Regie-Duo, dessen Namen ich jetzt auch mal wieder nicht weiß, ich weiß halt heute irgendwie gar keinen Namen, äh, die, das, den Film gemacht haben im Gebührwerk, weil hab ich, ja, ich seh, ich seh, den hab ich auch noch nicht gesehen. Den hab ich auch nicht gesehen. Ähm, der ist aber auf Netflix gerade. War ein, äh, recht beachteter Film, so wie ich's mitbekommen habe. Und das ist jetzt der neueste Film von den, ähm, Regie-Duo, The Lodge. Und, ähm. Äh, einen Moment, Regie-Wilm-Uniker Franz und Severin Fiala. Genau. Was kann man zu The Lodge inhaltlich sagen, ohne dass man so viel spoilert? Ähm, ja, da muss man tatsächlich vorsichtig sein, weil, da sollte man nicht so viel sagen, eher so, ähm, ja, es geht eben um, ähm. Ähm, ein Mann mit zwei Kindern, der eine neue Partnerin hat und die Kinder fremdeln natürlich mit der und er versucht die irgendwie, ähm, dass sie sich näher kennenlernen und vielleicht dann irgendwie doch zueinander finden, indem er sagt, sie fahren auf so eine Hütte, wo sie immer Weihnachten verbracht haben und er muss dann auch, äh, beruflich erst ein paar Tage weg und lässt sie quasi allein, dass sie quasi, ja, ähm, zusammen finden. Und das geht natürlich mächtig schief. Genau. Mehr sollte man eigentlich auch nicht sagen. Ich meine, ähm, der Film startet, äh, sag ich mal mal mulmig. Also man kriegt da eigentlich ein mulmiges Gefühl, ne? Also es ist kein guter Anfang, sag ich mal gesagt. Stimmung. Ich sag mal, er startet tatsächlich mit einem echten Knall. Also wirklich, wo, wo keiner damit gerechnet hat, äh, wirklich so ein kleiner Schockmoment am Anfang, wo du denkst, so, what the fuck, was geht hier ab, ja? Genau. Und, ähm, da muss man sagen, Hut ab, da haben sie mich echt erwischt und ich hab schon einiges gesehen, aber damit hab ich nicht gerechnet. Ja, also du hast, also du weißt gleich, äh, wo es lang geht und, äh, okay, das wird kein Spaß hier. Ja, ganz genau, ja. Und, ähm, tja, ansonsten, ähm, er ist schon auch relativ langsam, der Film, der ist sehr elegisch, finde ich, äh, schwelgt auch ein bisschen in, in Bildern, äh, verschiedenen Farbtönen teilweise, ähm, macht das ganz gut, weil er so eine, eine ziemlich gute Atmosphäre aufbaut, wie ich finde. Ich finde, so ein bisschen straffer, ähm, inszeniert hätte ihm auch nicht schlecht getan, aber, ähm, der ist schon teilweise echt, der kann einen ziemlich runterziehen, sag ich mal, der Film. Und man weiß halt nie auch so ganz, was ist da los, ähm, äh, worum geht's da eigentlich, was ist der Hintergrund und, ähm, naja, ich find, dann gibt's nur doch relativ überraschende Auflösung. Genau, also er spielt auch mit den Erwartungen der Zuschauer, also das merkt man ganz klar, in verschiedene Richtungen, äh, die er versucht einzulenken oder was für Möglichkeiten es gibt, wie sich's entwickelt, ähm, hat eine unheimlich dichte Atmosphäre, die schon phasenweise, finde ich, an Hereditary erinnert. Ja, tatsächlich, ja. Das ist, glaub ich, grad auch so ein Trend, in diese Richtung zu gehen, kann das sein, weil das sehr erfolgreich ist gerade. Ja, genau, also musikalisch hat er mich auch sehr dran erinnert, also ein paar Sound-Elemente, meint, könnten eins zu eins aus dem Soundtrack von Hereditary kommen sein, finde ich. Ja. Ein paar Elemente, ähm, genau, und er spielt dann mit verschiedenen Dingen, wo man, äh, denken könnte, wo's hingeht, ähm, wo er mich dann verloren hat, war halt dann, wo klar wurde, wo er hingeht und da, also das. Da hat leider nicht alles, ähm, gestimmt, also war alles, äh, nicht, nicht für mich wirklich nachvollziehbar. Genau, das. Als dieser Twist rauskommt am Schluss, hab ich mir gedacht, hm, netter Twist, aber so ganz schlüssig ist er jetzt nicht. Das, und du denkst dir so, jetzt ernsthaft, also, ich weiß nicht, also hab ich mir so gedacht, so jetzt wirklich, ähm, äh, fand ich dann, äh, und vor allem dann, wenn man überlegt, dann auch mit dem Hinblick auf den Twist und wie der Plot, äh, aufgebaut ist oder wie die Handlung sich entwickelt, ja, und die einzelnen, Elemente da drin, denkt man sich dann auch rückwirkend so, also Sinn macht es ja alles auch nicht alleine schon, dass der Vater die drei alleine lässt. Ja, da darf man dann wirklich nicht zu viel nachdenken, weil sonst, äh, macht es wirklich nicht mehr so viel Sinn. Und gut, dass der Vater die allein lässt, so in der Hoffnung, dass sie sich halt zusammenraufen, fand ich jetzt, okay, das würde ich ihm jetzt noch verzeihen. Aber da waren so einige Sachen, wo ich mir denke, so, hm, wie soll denn das vonstattengegangen sein und, ähm, würden die sich wirklich so verhalten? Aber naja, sei es darum, ich finde, es war trotzdem ein, ein, ja, ein atmosphärischer Film, der teilweise auch fies ist und auch so ein bisschen an die Nieren geht und, ähm, der echt seine Momente hat und auch gut gefilmt ist einfach und gut gespielt ist auch. Ich finde die Darsteller sehr gut. Genau, Darsteller, das wollte ich, da wollte ich nämlich auch noch drauf hinaus, äh, die waren wirklich gut und, ähm, sozusagen die, äh, kann man sagen, Hauptdarstellerin, ähm, Moment, aber da muss ich jetzt nochmal spicken, weil die ist auch verwandt mit jemand, äh, bekannt. Das ist ein bisschen witzig. Okay. Äh, und zwar, die, sie ist eine, ähm, wie der? Nennt man das dann? Enkelin von Elvis Presley. Ah, das war da, ja, genau, stimmt. Also auch durchaus, äh, bekannt. Elvis Presley, Enkelin, Riley Keough. Genau. Aha, das siehst du mal. Ist das dann die, äh, Tochter von Priscilla eigentlich? Oder? Genau, genau. Von, äh, nackte Kanone. Genau, und als, äh, Kurszeit, Love Interest von Michael Jackson. Jetzt wird's langsam ziemlich wüst. Genau, jetzt kommen wir schon in Gossip. Ja, genau. Okay, naja, ich, ähm, ich sag mal, The Lodge, für mich war es jetzt nicht so der klassische passende Eröffnungsfilm. Ich finde, da gibt's manchmal passendere Sachen. Aber was die Eröffnungsfilme betrifft, das ist immer so ein Ding. Da gehen die Meinungen weit auseinander, ob das jetzt passend ist oder nicht. Ich fand den jetzt nicht unbedingt als den großen passenden Eröffnungsfilm. Ähm, man muss sich darauf einlassen können. Man muss so relativ langsame, atmosphärische Filme mögen. Aber wenn das so, ähm, was ist, worauf man sich, äh, einlassen könnte, dann kann man mit dem Film, ich sag mal, ein Erlebnis haben. Ja. Also es ist kein Good-Feel-Movie. Genau das und wenn man über gewisse Dinge hinwegsehen kann. Ja, genau. Ja, dann kann man, ja, also ich fand den eher so durchschnittlich. Ja, ich fand, war auch ein guter Film zwar, aber jetzt nicht, wo ich denke so, wow, Wahnsinn, der hat mich weggeblasen. Also, wie gesagt, Eröffnungsfilme hätte ich da andere Kandidaten gehabt. Ja. Wie zum Beispiel vielleicht The Furies, also den hatte ich ja noch gesehen. Okay, erzähl. Ähm, das ist auch ein Film, der ziemlich schnell, ähm, auf seinen, seinen wesentlichen Aspekt, äh, losgeht. Also ähnlich wie bei Ready or Not, er nimmt sich nicht viel Zeit. Ähm, da werden am Anfang zwei Freundinnen gezeigt, so wie die in ihrer Beziehung gerade zueinander ist, zwei beste Freundinnen. Und die werden dann zack auf einmal entführt und eine davon, ähm, kommt wieder zu sich, äh, in einer Box. Und, äh, befindet sich auf einmal mitten eines Dürrenwaldes, mitten irgendwo in Australien. Und, ähm, weiß nicht, was los ist und trifft dann auf andere Damen und, äh, bekommt dann mit, dass da so ein paar Killer sind, die die Damen jagen. Mhm, soweit so bekannt. Genau. Der hat ja dann doch noch so ein bisschen was Originelleres gehabt irgendwie. Jetzt weiß ich nicht, ob er das schon verraten soll oder nicht. Will ich jetzt gar nicht machen. Genau. Aber, also, man kann so viel sagen, es sind da wirklich so maskierte Killer unterwegs, die man so aus verschiedenen Genre-Filmen so, äh, angelehnt kennt. Genau. Also, äh, mit den, äh, Mordinstrumenten, jeder hat so ein anderes und jeder hat so eine Maske. Genau, wie Leatherface. Genau. Genau, so Leatherface, Jason muss man halt dran denken. Genau. Einmal mit einer Machete oder so. Richtig. Und die laufen natürlich in den Wald und die Mädels auch und, ähm, ja, werden einige erstmal richtig schön abgeschlachtet. Also, man muss sagen, Gorehounds kommen wirklich auf jede Kosten. Die Effekte sind angemacht, ohne CGI und richtig gut und richtig heftig. Oh ja. So viel, ähm, jetzt zum guten Teil meiner Kritik, sag ich mal. Mhm. Andererseits, sag ich, der Film, er war eine der größten Enttäuschungen im Nachhinein für mich. Okay. Weil das wieder die leider viel zu häufig vorkommende Kategorie am Fantasy Filmfest ist. Und zwar die Kategorie, hätte man mehr draus machen können. Und da war im Grunde alles da. Die Darsteller waren da, bis auf die eine, die furchtbar genervt hat. Du weißt, wen ich meine? Eventuell. Also, mich haben fast alle genervt, muss ich leider sagen. Okay, also, es war eine, die mich unglaublich genervt hat. Aber ich glaube, da weiß ich auch, wen du meinst. Also, dann auch diese, die Entwicklung auf einmal. Ja, genau. Genau, die Entwicklung dann auch und wie sie dann auf einmal auftritt. Ja. Ja, also, die hat mich unglaublich genervt. Ähm, nee, aber, äh, wie gesagt, es war eigentlich schon alles da. Das Budget war da, das Setting war da, ähm, Darsteller waren da, aber das Drehbuch war leider einfach nicht gut genug. Weil aus dieser Grundidee, die wir jetzt nicht spoilern wollen, äh, aus der hätten wir einen richtig geilen Film machen können. Und das haben sie leider nicht geschafft. Und das ärgert mich immer am meisten. Ich meine, es ist, es ist, also, der Film teest an, was möglich gewesen wäre. Also, er spielt leicht mit dieser Thematik, die wir nicht verraten wollen. Ähm, aber eben, wie du sagst, da war wirklich weitaus mehr möglich gewesen. Ja, und dann dieser grauenvolle Schluss, also, bitte. Oh ja, das hätte ich jetzt auch noch erwähnt. Genau, das Ende ist vorüber. Also, bitte, nee, also, der hat so viel kaputt gemacht, der Schluss. Ja, absolut. Ähm, wirklich. Das hätte man sich, das hätte man sich echt sparen können. Also, wenn man ein paar Minuten vorher, du hättest einen echt tollen Moment gehabt für einen Cut, wo dann so die Credits losgehen, wo du denkst so, ja, jetzt kommen die Credits. Ja, und dann kommt da noch so ein Nachklapp, der nicht sein musste. Und wie gesagt, sowas finde ich einfach so schade. Ja, weil, wie gesagt, das Potenzial war da. Und diese Idee, ja, diese Grundidee, die fand ich echt geil, weil sowas gab es vorher noch nicht. Aber sie haben es einfach nicht gescheit durchgezogen. Und, naja, schwammt über für mich eine große Enttäuschung. Goalhounds werden trotzdem auf ihre Kosten kommen und können dir durchaus einen Blick riskieren, The Furies anzuschauen. Ein Louis-Australischer-Film von 2019. 82 Minuten auch nur lang. Genau, so schön knackig. Also, ich hätte ein bisschen mehr Freude daran, klar, man hätte mehr daraus machen können. Aber ich hätte trotzdem Spaß damit. Wenn man das Ende wegschneidet und ein bisschen mehr, natürlich hätte es sogar ein richtiger Kracher werden können. Ja, also, wenn man dieses, wie gesagt, dieses Thema ausgereizt hätte, so gegeneinander ausspielen und so, sag ich mal. Genau, ja. Naja, wie gesagt, wir spoilern jetzt nicht weiter. Ja, aber leider ist diese Kategorie, hätte man mehr daraus machen können, wieder sehr allgegenwärtig gewesen beim Fantasy-Filmfest. Meiner Meinung nach. Da gab es Filme wie zum Beispiel, wo heißt der? Tone Dev zum Beispiel mit Robert Patrick, auch bekannt als T-1000 aus Terminator 2. Der auch alles hatte, die Ingredienzen waren da, Darsteller, Setting, Set-Design, Kohle, aber das Drehbuch war einfach irgendwie kacke. Ist wieder nichts draus geworden. Und Making Monsters, genau sowas, kanadischer Film, über so einen YouTuber, der mit seiner Freundin in so ein Landhaus eingeladen wird und dann plötzlich sind alle weg und dann werden sie von irgendwelchen Leuten verfolgt. Genau dasselbe, hätte man wirklich was Tolles draus machen können. Porno, auch gespielt in einem Kino, wo die Kinoangestellten sich nach Feierabend noch einen Film reinziehen wollen, finden dann so einen komischen, verstaubten Film in so einem verlassenen Raum, wo so eine teuflische Messe geteigt wird und dann werden sie plötzlich auch von diesen Dämonen heimgesucht. Hätte man auch wirklich schön was draus machen können. Wie gesagt, alles nette Filme, aber sie verpassen irgendwie immer in so einem Haaresbreite irgendwie das, dass man sagt, okay, den kann ich wirklich empfehlen. Ist leider ein bisschen so, weil gerade zu Genrefilmen, da ist meistens hakt es eben an dem Drehbuch, dass das einfach von Anfang an nicht wirklich gut ist. Echt schade. Hast du denn sonst noch irgendwie Highlights, die du empfehlen kannst? Weil ich glaube, also bei mir sind wir es ans Ende gegangen, was ich gesehen habe. Es kommen ja eigentlich nur noch Filme, die du gesehen hast. Ja, also das Problem ist beim Fantasy Film Fest, das hat mir Rainer Stephan, der Veranstalter, gesagt, das liegt an unserem Alter, hat er gemeint, dass ich diese Kracher vermisse, wie es früher gab. Die früher regelmäßig fünf Kracher hattest du pro Festival. Und er sagt, ja, das liegt an unserem Alter, beziehungsweise, dass einfach auch alles schon gezeigt wurde. Und es ist halt nur so, dass alle paar Jahrzehnte mal wieder was Neues rauskommt mit einer interessanten Grundprämisse. Und deswegen ist alles so ein bisschen abgenudelt schon. Und der einzige Film, den ich wirklich in der Eins gegeben habe, bei dem Fresh Blood Awards, die man ja da immer küren darf von Leuten, die ein Regie-Debüt abgeliefert haben, das war der Film Freaks. Hat nichts mit dem Freaks aus den 30er Jahren zu tun. Da geht es um ein kleines Mädchen, was mit ihrem Vater in einem abgeschotteten Haus lebt. Die Fenster sind alle zugeklebt, sie haben keinen Strom und nichts und sie darf nicht raus. Und er sagt ihr immer, ja, du musst normal werden und läut dir irgendwelche Sachen ein, was sie sagen soll, wenn sie jemand fragt, wer sie ist und so. Und du weißt nicht, was ist da eigentlich los. Ist der ein Psycho? Und er sagt, aber draußen sind die bösen Leute, die uns töten wollen. Und du weißt nicht, ist draußen irgendwie die Apokalypse losgebrochen? Ist der nur geisteskrank oder was ist da eigentlich los? Und dann entwickelt sich der Film tatsächlich zu einem richtig geilen, geradlinigen, tollen Mystery-Science-Fiction-Horror-Film, whatever, ich will da jetzt auch nicht spoilern. Den kann ich wirklich empfehlen, der war schon vorne bis hinten gelungen und der hat einfach richtig Spaß gemacht, weil du nie wusstest, was als nächstes passiert. Und es waren tolle Effekte dabei und der war einfach richtig originell. Das war mein persönliches Highlight. Ah, okay, also es klingt so ein bisschen wie Ten Cleverfield Lane auch, oder? Ja, da ist er auch so ähnlich, wo du nicht weißt, was ist jetzt eigentlich los. Genau, hat er jetzt recht? Ist er verrückt? Ja, ganz genau. Und das hat den Film richtig gut, aber wie gesagt, der entwickelt sich am Schluss dann auch so ein richtig tolles Popcorn-Kino auch so ein bisschen. Also so, da darf ich jetzt eigentlich nicht viel verraten. Je weniger man weiß über den Film, desto besser. Aber den kann ich wirklich für Genre-Fans wärmstens empfehlen. Dann schreiben wir auch gleich mal auf die Watchlist. Der wird wahrscheinlich auch jetzt dann direkt auf den Videomarkt kommen, oder? Ich weiß es nicht. Also der ist schon, der war auch nicht billig, glaube ich. Also fände ich jetzt schade, wenn der nicht regulär anläuft, weil der eigentlich so... Also dass er dann Kinoauswertung bekommt, meinst du? Ja, also das ist jetzt nicht so eine trashige, kleine, billige Genre-Perle, sondern das ist schon ein größerer Film. Auch von den Darstellern her. Lass uns mal jetzt schauen, wer spielt denn da nochmal mit. Ja, genau. Emily Hirsch. Ah ja, da, jetzt kann ich mich erinnern. Und Bruce Dern, ja, also ein Charakterschauspieler schon seit den 70ern. Ja, der spielt den Großvater. Also durchgehend gelungen. Also der hat wirklich Laune gemacht. Ja, da kam der Trailer immer vorab bei den Filmen. Dann habe ich, genau, das ist der, gell? Auf dem Fantasy Film Fest kam der Trailer zu dem Film immer. Kam der Trailer auch? Ja, okay. Ich schaue in den Trailer immer weg, weil ich mich nicht Spoiler lassen will. Ah, okay, genau, das war genau der Film. Das Problem war beim Fantasy Film Fest dieses Jahr, dass wir gefühlt 50 Mal den Trailer zum Abschlussfilm Scary Stories to Tell in the Dark gesehen haben. Und so, bis die Leute am Schluss alles mitgesprochen haben, was in diesem Trailer ist, der mal auf Deutsch, mal auf Englisch war, aus welchem Grund auch immer. Der war tatsächlich nett. Das war ein richtig schöner, auch so ein Popcorn-Scary-Movie, der es tatsächlich auch geschafft hat, dass ich mich ein bisschen gegruselt habe, was nicht viele Filme schaffen. Und der einfach wirklich schön wegzuschauen war, mit ein paar netten Ideen und netten Effekten und einfach mit viel Herzblut gemacht. Spielt 1968, wo die Zeit auch schön aufgefangen wird. Also, da mussten sie wenigstens nicht erklären, warum haben sie keinen Handyempfang und so Zeug. Aber den kann ich wärmstens empfehlen für alle, die so wirklich schöne Gruselfilme, Gruselpopcorn-Filme mögen. Also, das ist echt ein Film, der läuft ja auch regulär an, der seinen Kinostart wirklich verdient hat, sag ich mal. Also, auf den habe ich nämlich auch noch Lust, weil der schaut ja sogar lustigerweise genau an Halloween am 31.10 Uhr. Ja, das passt sehr gut. Genau, und in den USA läuft er schon seit ein paar Wochen, glaube ich, auch recht erfolgreich. Ich kann mir vorstellen, also, der schlägt auch so ein bisschen in die Kerbe von S, also von dem Stephen King-Film. Der war ja unglaublich erfolgreich, der erfolgreichste Horrorfilm finanziell der Welt. Und da schlagen sie, glaube ich, gerade ein bisschen in die Kerbe, weil sie merken, da kann man Geld machen. Aber da haben sie es einfach gut gemacht. Und deswegen habe ich ja überhaupt kein Problem damit. Auf den habe ich noch Bock. Ja, wie gesagt, also, wirklich nice. Also, wenn man, wie gesagt, so scary Movies mag. Na, klingt gut. Und ich bin ja so Fan von Tierhorrorfilmen. Ach was, Creature Features. Genau. Und es kam ja 47 Meters Down Uncaged. Richtig. Ich bin jetzt, ich sage es ganz ehrlich, ich bin nicht so ein Creature Feature Fan. Ich habe aber den ersten Teil gesehen, der mir gut gefallen hat, weil es einfach tolles Suspense Kino war, mit einem Setting, was man so noch nicht gesehen hat. Und ich sage mal, der zweite Teil hat auch nicht enttäuscht. Also, was heißt, zweiter Teil, der spielt ja völlig anderes Setting, neue Leute und so weiter. Im Grunde ist es, es verhält sich so wie Open Water 1 zu Open Water 2. Also, insofern, da kann man super ein Double Feature machen, wenn man die Filme noch nicht kennt. Also, um zu erklären, worum es geht, im ersten Teil, da geht es eben um so Mädels, die so ein Hai-Erlebnis haben wollen und dann in so einem Käfig runtergelassen werden. Also, so ein Anti-Haikäfig und dann geht natürlich alles schief und sie sind da unten getrappt und da werden dann von Haien umlagert und müssen da irgendwie raus. Und bei dem zweiten Teil, der dann Uncaged heißt, da geht es eben nicht um so einen Käfig, sondern sind sie in so einer Unterwasserstadt, so einer alten Inka- oder Maya-Stadt, die unter Wasser geflutet ist. Und dort gibt es natürlich auch jede Menge Haie und sie müssen da irgendwie wieder rauskommen. Und das Ganze ist sehr, ich sag mal, ja, sehr schnell gefilmt, sehr abwechslungsreich. Du weißt auch nie, was so jetzt als nächstes passiert, weil die da in diesen Grotten natürlich, es ist so ein bisschen auch wie The Descent unter Wasser. Genau, und den wollte ich nämlich jetzt auch gerade erwähnen, ob das in die Richtung geht. Ja, also es sind auch nur Mädels, die da unten sind und auch hübsch anzuschauen übrigens. Da ist doch auch wieder so ein Bekannte dabei gewesen. Ja, die Tochter von Sylvester Stallone. Genau. Eie, die kommen alle irgendwo unter. Ja, das ist unglaublich. Also, durchaus. Also, es ist, wie gesagt, ein wunderschöner Genrefilm, wenn du sowas magst. Also, es ist jetzt auf jeden Fall zehnmal besser und aufwendiger produziert als irgendein Sharknado-Scheiß oder so. Ja, genau. Nee, da bin ich ja kein Fan von. Es ist zwar natürlich schon CGI und so und teilweise auch so ein bisschen over the top, aber wenn man sowas mag und sich darauf einlässt, macht der richtig Spaß, der Film. Und man hatte eine gute Zeit im Kino einfach so, war auch die Stimmung nach dem Film. Ah, cool. Nur so ist mal als Einordnung, wie fandest du Crawl? Was für ein Ding? Crawl, den mit den Krokodilen, Alligatoren, der jetzt vor kurzem rauskam. Crawl? Die hab ich gar nicht gesehen. Arger. Nicht? Nee. Okay, gut. Wie gesagt, ich bin nicht so der Creature-Feature-Fan. Aber den, den könnte ich empfehlen. Also, den kann ich dir empfehlen. Der ist auch, wenn der getaugt hat, dann wird der auch taugen. Okay, gut. Es war mal vor ein paar Jahren was am Fernseher-Filmfest, wo es auch irgendwie so in den Mangrove-Trees draußen so ein fieses Krokodil, was die auch dezimiert. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Der war richtig gut. Das war auch, weil die halt dann auch nur auf den Bäumen erst irgendwie so sind, weil das Krokodil unten war. Weiß nicht, wovon ich rede. Nee, also, der sagt mir jetzt nix der Film. Aber hieß der nicht auch Crawl? Ist der neu, der Crawl? Ja, der könnte sogar noch im Kino laufen. Ach so, ja gut, dann ist das nicht. Aber gut, dann find ich raus, wie der Film heißt und lass es dir zukommen, weil das ist ein absoluter Geheimtipp gewesen. Ah, cool, gerne. Wenn du sowas magst, dann, also der war, also ohne Scheiß, der hat auch mir richtig gut gefallen, weil der echt fies war von dem, also die sind da halt auch, wie gesagt, machen so eine Tour und dann geht natürlich auch alles schief und sie kommen nicht mehr zurück und so und dann ist unten ein hungriges Krokodil oder Alligator, je nachdem, weiß jetzt auch nicht, wie das biologisch richtig ist und wie gesagt, müssen da sich erstmal nur auf den Bäumen irgendwie retten und haben eigentlich keine Chance, da irgendwie aufs Land zu kommen. Der war einfach richtig straff inszeniert auch. Okay, was haben wir noch? Wir haben ja auch so eine Kategorie, hätte man was wirklich daraus machen können, Red Letter Day, ein kanadischer Film, da geht es darum, dass eine Familie in eine neue Nachbarschaft zieht und dann irgendwann haben sie alle so einen roten Umschlag im Briefkasten und da ist ein Brief drin, wo es heißt, hier, da ist ein Bild von einem der Nachbarn, den musst du umbringen, bevor er dich umbringt. Ja, dann heißt es zuerst, ja, ist das jetzt ein blöder Scherz oder was und dann gehen die einmal rüber zum Nachbarn und sagen, ja, was soll denn das und so. Natürlich werden dann aber manche paranoid und nehmen das dann ernst und sagen, hast du mir das geschickt und so und dann, ja, eskaliert das Ganze so ein bisschen. Geile Grundidee eigentlich, aber... Ja, auf jeden Fall, klingt echt interessant, ja. Super, ja, aber die haben es einfach wieder die Kurve nicht gekriegt und der wurde teilweise echt lächerlich. Und eine der größten Enttäuschungen leider dieses Festivals. Gut. Dann pick da doch mal ein paar schöne Rosinen raus und nicht nur die Enttäuschungen. Ja, man muss auch, man muss auch mal schimpfen, ne. Nein, Vivarium zum Beispiel, ein Science-Fiction-Film, Mystery-Science-Fiction-Film, je nachdem, wie man es sehen will, mit Imogen Putz, die ich ja sehr, sehr auch putzig finde und schön und dem, na, wie heißt der denn, der den Zuckerberg gespielt hat, Jerry... Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg, genau. War ein netter Mystery-Sci-Fi-Film, war im Grunde wie so eine lange Twilight-Zone-Episode, aber eine gute und man darf halt nicht drauf hoffen, dass am Schluss irgendwas aufgeklärt wird, weil die Hoffnung habe ich schon längst aufgegeben, dass bei solchen Filmen am Schluss irgendwie eine logische und befriedigende Erklärung kommt. Deswegen, wenn man sich da drauf einlässt, dann ist der Film echt originell und auch ein bisschen fies und irgendwie optisch einfach beeindruckend. Das ist der einzige Film, der beim Fantasy-Filmfest wiederholt wurde. Dann Mope, ein Film über zwei Leute nach einer wahren Begebenheit. Die sich, also ein Schwarzer und ein Asiate, die sich in Amerika in der Porno-Industrie einen Namen machen wollen und groß als Pornostars rauskommen wollen und sie dann erst in so einer ganz billigen Produktionsfirma anbietet, so einer richtigen üblen Klitsche und es ist einfach alles nur widerlich. Aber sie träumen halt immer noch davon, da in dem Business groß rauszukommen. Am Anfang ist der Film noch richtig lustig, weil die sich halt total anstellen und total auch untalentiert sind und am Ende wird es dann ein richtig fieses Drama, wo es dann auch einen Toten gibt. Wie gesagt, alles tatsächlich echt passiert. Ist einfach mal was Originelles, weil mal einfach was, ein Genre beleuchtet wird oder ein Milieu beleuchtet wird, von dem man so jetzt nicht wirklich weiß, was da abgeht und das Ganze einfach, ja, teilweise ziemlich eklig ist, aber so noch nie gezeigt, sag ich mal. Also das war schon auch einer der besseren oder der besten Filme, die da liefen. Harpoon, auch ein schönes Kammerspiel. Drei Leute auf einem Boot mit einer Harpune und am Schluss möglich, dass ein paar tot sind. Und ich möchte jetzt nicht zu viel erzählen, aber wenn man sowas mag, so Kammerspielartige, dunkle, blutige und böse Komödien, sag ich mal, dann kann man sich das auf jeden Fall anschauen. Ein absoluter Geheimtipp war der einzige russische Film, Why Don't You Just Die, das ist auch so ein Kammerspielartiger, der im Grunde in einem Apartment nur spielt, einem kleinen in Moskau, wo auch sehr viel Blut spritzt, aber man trotzdem sehr viel zu lachen hat und einfach sehr, sehr schwarzhumorig ist und war eins der absoluten Festival-Lieblinge, sag ich mal, unter den Zuschauern. Was haben wir denn noch? Deadside war leider wieder eine der, die knapp an der Gurke vorbeigeschrammt sind, der einzige Zombie-Film. Ich bin, wenn du Creature-Feature-Film magst, ich bin ein absoluter Zombie-Fan und Fanatiker, aber leider kommt da mittlerweile nicht mehr so viel Gutes raus und Deadside war eigentlich auch eine gute Grundidee, es geht um einen Blinden, also der gerade eine OP hatte und dann aufwacht in einem Krankenwagen und natürlich draußen die Zombie-Abkalypse wütet und er sich dann zurechtfinden muss und sich mit einer schwangeren Polizistin noch irgendwie durchschlagen muss, aber leider hat der Film nicht wirklich eine Handlung gehabt, es war einfach nur hin und her gestolpert durchs Unterholz und dann geht man rein in ein Haus und dann sind da wieder Zombies drin und dann werden die abgemurkst und dann gehen sie wieder raus und dann, naja, plätschert das so vor sich hin. Leider, leider nicht wirklich empfehlenswert. Einer der krassesten Filme und vielleicht auch besten Filme, auch wenn ich ihn eigentlich nie wieder sehen will, war Hotel Mumbai. Vielleicht hast du davon mal gehört. Ja, ja, den hatte ja der Dings ja auch angeteast als besten Filme, den er seit längerem gesehen hat, ne? Der Rainer, der Veranstalter, hat sehr viel Werbung für den Film gemacht, was ich ein bisschen komisch fand, weil er immer erzählt hat, das ist ein Actionfilm, allerdings hat das mit Actionfilm jetzt nicht wirklich viel zu tun, das ist einfach nur ein Terrordrama. Es geht immer um die Anschläge in Mumbai, 2006 glaube ich war das, bei dem über fast 200 Menschen draufgegangen sind, wo einfach ein paar pakistanische Terroristen, Islamisten mit AKs unter anderem eben auch in ein Hotel sind und da alles abgeknallt haben, was ihnen über die Flinte lief. Und ein sehr gut gefilmter Film, der adenieren geht, der aber, jetzt kann ich wirklich sagen, dass der Spaß macht, der Film, sondern es ist wie dieser Film über dieses Flugzeug am 9., 11. September, was dann ja von den Passagieren noch zum Absturz gebracht wurde. Wie ist der Flight 93 oder so irgendwas? Weißt du, wovon ich rede? Nee, da sagt mir das auch nix. Also das ist ähnlich gestaltet, sehr gut gemacht, sehr gut gespielt, aber es ist einfach, also man sitzt nur da und hält sich eigentlich die Hand vor dem Mund und sagt, das darf doch alles gar nicht wahr sein. Aber wie gesagt, ein guter Film, ich will ihn aber nie wieder sehen. Okay, aber der hat auch einen sehr erlusten Cast, ne? Also der hat da echt namhafte Darsteller dabei, ne? Ja, der aus Slumdog Millionär zum Beispiel. Genau. Und ist da nicht Ewan McGregor auch dabei? Äh, Ewan McGregor? Nee. Oder? Habe ich mich da versehen? Das wäre mir ... Ah, nee, Armie Hammer. Woher kennt man den? Damals, also dieser, also zuletzt der richtig gute Film von ihm war Con Me By Your Name. Okay. Dann hat er auch mitgespielt bei hier diesen, äh, Agentenfilm hier, Codename Uncle. Und bei Social Network hat er damals auch mitgespielt. Genau. Ah, okay. Äh, Jason Isaacs darf er nicht vergessen. Ähm, man fragt sich vielleicht, woher kenne ich den? Das war der, der fiese Lehrer bei den Harry Potter Filmen der Blonde. Ja. Aber wie komme ich jetzt auf Ewan McGregor? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Der hat da jedenfalls nichts verloren gehabt. Ja, ich weiß es auch. Okay, ähm, was haben wir noch? Raybit, das Remake des legendären David-Cronenberg-Films aus den 70ern. Der durchaus Spaß macht, sehr blutig ist und, ähm, sehr genremäßig ist. Aber man hat halt, äh, im Gegensatz zu dem doch durchaus eher anspruchsvollen Cronenberg-Film aus den 70ern so ein No-Brainer gemacht. Ähm, wo man sich teilweise leider sehr an den Kopf fasst und denkt so, was macht ihr da eigentlich, ja? Ähm, also wenn dann irgendwie eine nationale Tollwut-Krise in Kanada ausgerufen wird, äh, was der aggressivste Tollwut-Virus ist, der sofort menschenwahnsinnig macht wird und sie drumbringt. Und dann kommt die eine, äh, Model, die Model ist zur Model-Show und sagt, hey, stellt euch vor, in der U-Bahn hat mich gerade eine Verrückte in die Hand gebissen. Naja, gut, äh, schminkt mich mal. Okay. Ja, ähm, sowas passiert halt auch leider. Aber, wie gesagt, Spaß gemacht hat er trotzdem. Und, ja, was hätten wir noch, ähm, All the Gods in the Sky, ein französischer Film, der sehr, ähm, ich sag mal, das war der Runterzieher des Festivals, wo ein, ähm, Typ irgendwo auf dem Land in Frankreich auf seine, ähm, behinderte Schwester, die bettlägerig ist und im Grunde nicht mehr sprechen kann und gar nichts machen kann und er ist eigentlich schuld daran und, ähm, kümmert sich um die und dann will das Sozialamt sie auch dann irgendwann wegnehmen, weil er gar nicht mehr in der Lage ist, sich um sie zu kümmern und er denkt aber die ganze Zeit, dass irgendwann die Aliens kommen und sie endlich retten und erlösen und wegbringen. Schwere Kost, toll gemacht, toll gespielt, aber garantiert nicht für jedermanns Sache, würde ich mal sagen. Ja, das klingt jetzt nicht spaßig. Klingt jetzt wie so wie deins, oder? Ja. Okay. Ja, gut, also, ja, jetzt, jetzt könnte ich noch über jeden Film irgendwas sagen, aber das... Ja, eben, aber das wäre zu viel, ne? Ich würde sagen, äh, ich bin mal wieder, ähm, sehr, sehr zufrieden gewesen mit dem Fantasy-Filmfest. Die meisten Filme waren gut bis, äh, okay, also, waren viele Filme, wo du sagst, okay, die, die, die hab ich jetzt gern weggeschaut, aber gut, muss man jetzt auch nicht unbedingt nochmal gucken. Da waren es einige Filme, wo ich sag, okay, das könnte ich mir sogar nochmal anschauen und leider viel zu wenig, wo ich sag, oh, der war so geil, der würde ich mir sogar kaufen, oder so, ja. Aber, äh, so in der Masse von diesen 40 Filmen, die ich gesehen hab, war eigentlich kaum ein Film dabei. Aus einem bin ich sogar rausgegangen, das muss ich sagen. Das war ein spanischer Film, der spielte irgendwie im Jahr 9000 irgendwas, was dann irgendwie so eine Gesellschaftssatire wohl sein sollte, die ich leider überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Da war mir der Abend dann doch irgendwie zu wichtig, dass ich dann gesagt hab, da kann ich daheim was Besseres machen. Okay, ähm, aber ansonsten, die Qualität grundsätzlich einfach gut von den meisten Filmen. Ähm, man merkt, dass so diese richtigen Gurken, wie es es früher leider auch oft gab beim Fantasy-Filmfest, gar nicht mehr stattfinden. Also, der Rein hat mir gesagt, er bewahrt uns davor auch, als Gurkenfilter quasi, diese Filme ins Programm zu nehmen, weil halt, äh, auch einfach mehr produziert wird, weil es einfach auch leichter und billiger geworden ist inzwischen, mit der heutigen Technik, äh, einen Film zu drehen. Und, ähm, ja, wie gesagt, alles in allem war ich einfach wieder sehr zufrieden und, ähm, bin meistens, äh, am Abend mit einem Grinsen im Gesicht nach Hause gegangen, hab gesagt, das war wieder ein gelungener Tag, mit ein paar richtig schönen Genre-Filmen, die man so eigentlich nie wieder im Kino sehen wird. Das ist mein Fazit. Ja, das klingt doch gut. Also, bei mir ist es ein bisschen, also, ich hab jetzt, was waren es, sechs Filme gesehen? Einen davon noch nicht mal auf den Fantasy-Filmfest. Ich bin da noch ein absoluter Newbie, muss ich sagen. Äh, es war das erste Mal, dass ich mehr als einen Film gesehen hab. Ich war letztes Jahr einmal auf dem Fantasy-Filmfest und das erste Mal, das war für Mandy. Okay. Und, äh, jetzt ein paar Filme mehr, ähm, wie es sich halt zeitlich einrichten lässt. Hatte aber da echt Spaß und, äh, ja, bin jetzt sogar schon fast überlegen, soll ich dieses Jahr dafür Urlaub nehmen? Oder, aber, also, da würde ja Urlaubsbudget ja auch für die Family weggehen, was dann natürlich dann, äh... Richtig, aber als nächstes kommen ja erstmal die Fantasy-Filmfest-Nights im Januar. Das ist ja ein Wochenende, da kannst du ja zehn Filme dann mal schön weglatzen. Ja, dann muss ich mir für das Wochenende daheim freinehmen. Ja, natürlich das, also, aber wenigstens nicht Urlaub nehmen, ist doch immerhin was. Genau, ja, weil, weil mit einer Tochter, äh, ist es halt dann auch ein bisschen alles schwerer. Na klar, da muss man Prioritäten setzen. Das ist schon wichtig. Genau, genau, und ich freue mich ja schon eigentlich jedes Wochenende die Kleine zu sehen, von daher, äh, nehme ich dann immer ganz gerne die Filme, äh, jetzt auch dieses Jahr, die halt dann unter der Woche abends laufen oder so mit, statt das Wochenende, das, das da drauf geht, ne? Das kann ich völlig verstehen. Genau. Na schön. Aber, äh, es ist halt echt wunderbar, dass, wie du es auch gerade gesagt hast, dass solche Filme, die sonst nicht auf der großen Leinwand laufen, dass sie da ihre Aufmerksamkeit bekommen und, äh, man sie da genießen kann. Richtig, und ich kann nur jedem Genre-Fan, äh, raten, wenn das Fantasy-Filmfest in einer Stadt, äh, stattfindet, in der ihr lebt, ähm, dann versucht das mal, ähm, müsst ihr ja nicht gleich eine Dauerkarte kaufen, aber da gibt's wirklich für jeden was, irgendwie, der so ein bisschen die anderen Filme mag. Also, ob es jetzt, äh, eine schwarze Komödie ist, ein Splatter-Film, ein Drama, teilweise sogar Cineasten-Futter, äh, Arthouse-Filme, da sind einfach mal ganz andere Sachen da und, ähm, wie gesagt, da ist eigentlich immer für jeden was dabei und, ähm, kann ich nur jedem raten, da mal reinzuschnuppern. Eben, das und, äh, im Publikum sind halt sehr viele Gleichgesinnte, ne, also du hast halt auch ein ganz anderes Publikum, als wenn du jetzt irgendwie, äh, in den nächsten Avengers gehst. Gen, das, daran hatte ich sogar genau gedacht, oder in den nächsten Mainstream-Horror-Film läufst du. Genau. Also, ich finde, solche Mainstream-Horror-Filme im Kino sind auch immer recht anstrengend. Ja, genau. Also im normalen Kino. Ja, bei so den üblichen, äh, äh, Multiplex-Kinos, ne. Genau. Da weiß man aber, wie das Klientel ist. Genau, ich sag nochmal Tesern München. Richtig. Oder Cinemax, wo früher das FFF noch war. Ja. Furchtbar. Gut, willst du abschließend noch was wissen übers FFF oder noch was sagen? Ähm, ne, ich bin dann jetzt eigentlich wunschlos glücklich, ne. Ja, schön. Ich glaub, jetzt haben wir uns auch eine ganze Stunde hier unterhalten über das FFF 2019. Ähm, ja, ich bin bestimmt bei den Knights wieder am Start im Januar und dann, äh, werde ich da vielleicht nochmal ein kleines Special drüber machen. Ansonsten hat mich sehr gefreut, Onno, mit dir zu plaudern über das Festival. Und ja, vielleicht bis demnächst mal wieder bei, äh, einem anderen Thema für den Podcast. Logo. Also dann, mach's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.